Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Das ist ja eine Weltgeschichte, fast wie als Donald Trump wieder irgendwie Lack gesoffen hat Naja, auf jeden Fall Ich habe hier so ein Handmikrofon, Gerrit hat auch ein Mikrofon Er wird heute wahrscheinlich mal mehr Redeanteil haben als ich Ich glaube letztes Mal habe ich ihn mit 80 zu 20 ganz böse abgezogen Wir werden euch ein kleines Update geben, wie es uns geht in der Corona-Krise Wir wollen ganz viel mit euch kommunizieren, deswegen liegen hier auch zwei Tablets und ein Handy, damit wir eure Fragen mitkriegen Unsere Themen sind so ein bisschen Update Gerrit erzählt ganz viel über den wahnsinnig tollen Leitstand Und über die Formel 1 erzählt Gerrit Gerrit erzählt über die Kirmes Gerrit erzählt, naja, ne Auf jeden Fall hat Gerrit heute den mega technischen Part Wir wollen ganz viele technische Sachen Bespielen und auch ein bisschen mit euch erklären Und eure Fragen beantworten Und dann wollen wir noch ein bisschen über die Brücke reden Die jetzt tatsächlich im Juni wohl eingebaut wird Ja und zwischendurch Wie immer ganz viele Fragen Und wenn ihr Lust habt, reden wir hinterher noch ein bisschen über unsere ganz persönliche Meinung zum Thema Corona Das geht vielleicht euch allen genauso wie uns Was wir morgens gedacht haben, ist abends schon nicht mehr aktuell Abends gehen wir mit irgendeinem Gefühl ins Bett Und denken morgens, wir haben abends Wein gesoffen, weil wir das denken konnten, was heute nicht mehr aktuell ist Das ist der blanke Wahnsinn, dass News fast noch nie so schnell waren, wie sie aktuell sind Alles überholt sich in einer Geschwindigkeit Und aus unserer Sicht ein Riesenproblem, dass dadurch manchmal ganz merkwürdige Einstellungen entstehen Von irgendwelchen Menschen, die sich in den Vordergrund stellen wollen Die angebliche Zahlen aus der Vergangenheit jetzt bewerten wollen Die damals aber noch gar nicht richtig zur Verfügung standen Und darüber würden wir liebend gerne mit euch noch ein bisschen am Ende der Sendung reden Da hat Gerrit auch vor allem ganz viel zu erzählen Wichtigst ist überhaupt, wie geht es uns Die, die vor zwei Wochen schon zugeschaut haben Die wissen schon ganz viel Wir haben einen Notfalltopf Wir haben immer damit gerechnet, dass sowas passieren könnte Wir hatten eher befürchtet, dass vielleicht mal irgendwo in Hamburg auf dem Rathausmarkt ein Terroranschlag ist Und dann vielleicht mal für höchstens ein, zwei Jahre weniger Besucher nach Hamburg kommen Und so eine Phase wollten wir auch immer ohne Probleme überleben können Und dann haben wir einen Notfalltopf gemacht Das heißt, wir haben alles im Wunderland gelassen Wir haben sowieso immer nur unsere Einnahmen benutzt, um damit neue Bauabschlitte zu bauen Wir haben keine Kredite, wir haben einen Notfalltopf Das ist eine wahnsinns komfortable Situation Der reicht aber nicht für immer Wir haben deswegen tatsächlich ein oder zwei Wochen noch ziemlich unter Hochdruck Nach dem Shutdown hier im Wunderland weitergearbeitet Dachten, oh, in ein, zwei Monaten ist das alles wieder erledigt Und das wurde Tag für Tag schlechter mit den Prognosen Und die Prognosen für das Wunderland sind echt schwierig Auch vielleicht können wir irgendwann wieder aufmachen Oder dürfen wieder aufmachen Dann heißt es noch lange nicht, dass wir uns entscheiden, das auch zu tun Weil man muss das wirklich abwägen In welcher Situation befinden wir uns gerade in Deutschland Können wir Hygieneregeln in der Form mit Abständen und so weiter einhalten Und finden wir das richtig? Und auch da muss ich ehrlich sagen, wir diskutieren jeden Tag Gerrit und ich, jeden Tag hat man ein anderes Gefühl Und das wird auch heute wieder ganz viel Im Bundestag diskutiert Und morgen spätestens veröffentlicht Wie es weitergeht, das müssen wir jedes Mal sondieren Jedes Mal gucken, was bedeutet das für uns Und ja, das gibt uns Zumindest das Gefühl, dass hier Auch wenn es vielleicht einigermaßen zügig wieder losgehen könnte Es lange, lange dauern wird Bis es wieder so wird wie früher Und deswegen ist unser Notfalltopf so wichtig Dass wir entschlossen haben, ich glaube schon nach zwei Wochen Da war der Leitstand gerade fertig Wir haben ihn mit Hochdruck in der Ruhe, die wir hatten, gebaut Wir haben gesagt, nee, es sind alle zu Hause Wir warten ab, wie es passiert Wir machen sozusagen kompletten Shutdown auch im Wunderland Es ist nur noch der absolute Notbetrieb da Da kann Gerrit auch technisch ganz spannende Sachen sagen Was das hier für die Eisenbahn bedeutet Die das gar nicht gewohnt ist So nicht mehr zwölf Stunden am Tag zu laufen Und sparen unser Geld einfach auf Und entscheiden dann irgendwann Stück für Stück Wann bauen wir vielleicht wieder an Monaco weiter Denn es ist viel wichtiger, dass wir finanziell über die Runden kommen Als dass Monaco pünktlich fertig wird Und ja, das ist ehrlich gesagt ein Dilemma Man schläft manchmal schlecht Man fragt sich, meine Güte Da sitzen 300 Leute vom Wunderland zu Hause Dank dieser großartigen Kurzarbeitgelder Die wirklich ein Geschenk vom Staat sind Was uns wirklich den Arsch hier rettet Sitzen die zu Hause, kriegen vom Staat Geld Werden zwar von uns aufbezahlt Auf 80 bzw. noch mehr, wenn die das brauchen Und können nicht bauen Sie werden vom Staat bezahlt Und eigentlich könnten sie hier wunderschön Monaco fertig bauen Sie könnten also fürs Wunderland was Großartiges machen Sie könnten für Hamburg ja auch was Großartiges Weil wir sind ja schon auch so ein Teil des Aushängeschildes Bauen und es geht nicht Es lässt die Situation einfach nicht zu Weil klar, das Gesetz sagt, Kurzarbeit ist Kurzarbeit Dafür werden sie bezahlt, dass sie zu Hause sitzen Ist ein Dilemma und das jeden Tag Denken wir darüber nach Wie lösen wir das, dass wir wieder weiterbauen können Aber ich würde mal sagen Corona wird später nochmal ein Thema Ihr schreibt uns viele Fragen Die kriegen wir so ein bisschen hier mit So und Gerrit, übergebe ich mal Hast du was zum Leitstand zu erzählen? Erstmal muss ich feststellen Wenn jetzt irgendein Algorithmus Freddys Kommentare oder Aussagen von gerade mitgetippt hat Dann hätte dieser Algorithmus keinen Punkt gefunden Denn auf diesen Punkt habe ich gewartet Fünf Minuten lang Das war glaube ich der längste Satz in der Geschichte des Wunderlandes von Freddy Weil ich dachte, ich kann auch mal was zu sagen Aber er hat das eigentlich alles gesagt Was mir nämlich auch wichtig war Zu sagen, wir würden alle so wahnsinnig gerne weiterbauen Es ist ein so bescheuertes Gefühl Dass wir sozusagen alle ein bisschen Der Staat im Staat auf der Tasche liegen Mit dem Kurzarbeitergeld 60% Wir zahlen das auf Damit es den Leuten auch Damit sie gut über die Runden kommen Das zehrt an unserem Notfalltopf Wir zahlen auch die Studenten und die Minijobler weiter Und die sitzen zu Hause Und teilweise machen sie sich natürlich auch eine gute Zeit Wir haben ja alle wahrscheinlich viele von euch Auch das Erlebnis gehabt Mal zu Hause zu sein Vielleicht wenn man Kinder hat Mal mit den Kindern sich mehr zu beschäftigen Ist auch was cooles Das ist vielleicht auch etwas Was wir aus dieser Krise mitnehmen Als Gesellschaft Dass nicht immer nur der Erfolg Das Geld oder wie auch immer das Wichtigste ist Sondern dass man einfach auch mal wieder festgestellt hat Familie und andere Werte sind auch wichtig Wir würden also wahnsinnig gerne weiterbauen Ich spreche dich kurz Weil direkt dazu ist tatsächlich schon eine Frage gekommen Die Frage ist Was würden wir denn machen Wenn wir den Notfalltopf nicht hätten Also wahrscheinlich ist es darauf gemünzt Was machen andere Unternehmen Die nicht so Also was wir tun würden Wenn wir ein Großkonzern wären Ja Wir hätten ja alles dann als Dividende und Boni schon ausgezahlt Hätten wir erstmal alles hinter die sichere Mauer gebracht Wie es so schön heißt Die Aktionäre glücklich gemacht Damit die auch schön weiter den Aktienkurs in die Höhe treiben Das kann ja heiter werden heute Ihr kennt das schon vom letzten Mal Shitstorm Ein bisschen Unternehmen Ein Konzernbashing Bringt aber Spaß Auf jeden Fall Was wäre wenn wir Wahrscheinlich Weil es ganz vielen Auch kleinen Unternehmen ja so geht Die nicht Diese Chance hatten So einen Notfalltopf anzubauen Ja Dann würden wir wahrscheinlich Bettelnd bei der Bank sitzen Und hoffen Dass wir einen KfW-Kredit kriegen könnten Den man übrigens nur für Betriebsmittel kriegt Aber nicht für eine Investition Das heißt auch wenn wir Einen KfW-Kredit Die ganz toll und schnell und unbürokratisch aufgelegt wurden Haben wollen Würden für unseren Monaco-Bau Für unsere ganzen Bauarbeiten Die wir drüben mit dem neuen Speicherbrücke Und so weiter machen wollen Würden wir gar keinen KfW-Kredit Dann würden wir aber ganz sicher nicht den Laden abschließen Und sagen Nach mir die Sintflut Das ist unser Lebenswerk Das ist unser Baby Wir werden nächstes Jahr 20 Jahre alt Wenn wir keine Sintflut Und ich würde sagen Wenn wir nicht mehr Jetzt Unduran Und auch Ich werde detoxifizieren ... im anderen Speicher, Ende des Jahres. Monaco wollten wir dieses Jahr eigentlich noch eröffnen, Kirmes fertig bauen, Brücke, den ganzen Ausbau des Speichers da drüben. Das wird nicht mehr möglich sein. Das kann ich ganz ehrlich sagen, das wird nicht mehr in dieser Form möglich sein. Denn bis hier wieder diese 100% Gäste wiederkommen, die wir brauchen, um immer aus den Eintrittsgeldern diese Bauarbeiten zu stemmen, bis die wieder hierher kommen, befürchten wir, dauert das zwei bis drei Jahre. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt entscheiden, legen wir diese ganzen Investitionen aufs Eis, bauen wir die Brücke später, bauen wir den Ausbau da drüben später, verschieben wir Südamerika um drei, vier Jahre. Das tut im Herzen wahnsinnig weh, das können wir nicht. Wir sind ungeduldige Menschen. Das heißt, dann heute haben wir das noch nicht entschieden und gucken von Woche zu Woche. Wir befürchten aber ehrlich gesagt, das geht ohne Kribite, ohne irgendeine Hilfe, ohne irgendwas geht das nicht mehr so schnell in der Geschwindigkeit, wie wir das machen wollen. Und das müssen wir abwägen. Und werden wir sehen. So, das war sozusagen die Geschichte. Wenn wir kein Euro auf dem Konto hätten, glaube ich, trotzdem würde man das irgendwie empfinden. Also ich kann ja mal einsteigen. Hier wurde nämlich als erstes die Frage gestellt, auf welchem System läuft eigentlich der Leitstand, welche Software. Also zu dem neuen Leitstand kann man sagen, dass eigentlich alles ein ganz großes, sehr leistungsfähiges Gerät ist. Das wird wahrscheinlich mit Dehnungsprogrammiert geworden sein, das weiß ich nicht. Auf dem die Streams der 53, 52 Steuerungsrechner, die wir haben, die laufen sozusagen der Bildschirm als Stream auf und die Tastatur und die Maus wieder zurück. Das läuft alles dort zusammen. Genauso wie 253 Kameras haben wir momentan in der Anlage eingebaut. Aber ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen dichter an so einen Bedienplatz dran. Das heißt, auf diesem Arbeitsplatz kann ich jetzt wieder rum... Ich kann mir auch zum Beispiel diese tolle Video Wall hinten, die aus drei großen Bildschirmen, die haben alle eine 4K-Auflösung, weil das würde sicherlich gleich gefragt werden, kann ich mir sozusagen schon mal Grundpresets laden. Das wäre jetzt so ein normaler Steuerungstag, wie er hier läuft. Da sind die Lichtrechner, hier sind die ganzen Bahnrechner in der Mitte, rechts die Car-Systeme, die Schiffe, Flugzeuge und da oben in der Mitte ganz fett. Das sind die beiden wichtigsten Programme, die wir so haben. Das ist so ein Überwachungssystem, wie die Anlage läuft. Und wenn ich jetzt irgendein Problem drauf erkenne, kann ich mir jeden Rechner hier auf meinen Arbeitsplatz schalten. Ich kann mir auch genauso jeden Problem drauf holen und dann meine Anlage-Systeme, das ist noch ganz toll, das heißt auch, ich kann jetzt die Anlage-Systeme, ich kann jetzt die Anlage-Systeme, ich kann das insgesamt, also wirklich sind 253 Kameras oder halt die verschiedenen Rechner hier holen und Probleme. Ich kann auch der Video Wall, das ist alles schon in der Programmierung, wir müssen das alles noch konfigurieren, kann ich mir auch eine Übersicht... Überwachung, nicht die Überwachungskameras, von denen wir so als Gefahr für die Demokratie da draußen so reden, also wir gucken hier nur, um Fehler zu finden. Also kann ich mir hier die drauf holen und kann sozusagen zwischen verschiedenen Grundeinstellungen hin und her schalten. Wenn die Anlage zum Beispiel ganz friedlich läuft, wir haben immer uns oben diese wichtigen Anzeigeprogramme, bei denen alles zusammenläuft, drauf programmiert, dann wäre das zum Beispiel sinnvoll, einfach mal Bilder zu zeigen. Und um die Frage, die eben gerade reinkam mit der Software, sämtliche unserer Steuerungsprogramme, also sprich die Programme, die da oben laufen, die Eisenbahnsteuerungsprogramme, Flughafen und so weiter und so fort, sind mit Delphi programmiert. Einige werden sagen, das ist aber oldschool und da kann ich nur sagen, ich programmiere seit über 30 Jahren und ich habe weiterhin eigentlich nichts gefunden, was mit dem wirklich top aktuell gepflegten Delphi nicht funktioniert. Und das Wunderland ist, glaube ich, ein lebendiger Beweis dafür. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Wir haben erhebliche Tonprobleme. Ich glaube, bei YouTube mindestens hat man die letzte Zeit fast nichts gehört. Ich brauche jetzt mal eine Information in den Kommentaren von euch. Ich sehe die ganze Zeit immer, einige schreiben Ton gut, andere schreiben Ton schlecht. Also jetzt müssen wir damit wissen, ob es ein Problem von uns ist oder von Facebook und YouTube. Ganz aktuell, jetzt in diesem Moment, habt ihr Tonprobleme oder nicht? Das wäre mir ganz lieb, dass ihr das einmal kurz reinschreibt. Also Wisconsin, sehe ich hier gerade, alles super steht. Kein Ton. Bei mir läuft es. Tja, keine Ahnung. Bei einigen scheint es super zu laufen. Bei Facebook sehe ich das hier zumindest. Bei YouTube müsstet ihr mir mal sagen, kriege ich jetzt ein Zeichen, dass im Moment viele schreiben, dass es wieder läuft. Also, dann würde ich sagen, in der Zeit zeige ich euch mal, dann würde ich sagen, Gerrit, du kannst wieder weitermachen. Ich habe hier sozusagen die Selfie-Kamera mir gerade gegriffen. Und ich weiß gar nicht, ob die jetzt umgeschaltet wurde auf meine Kamera, die gerade in die Hand genommen wurde, weil wir sind natürlich, wir sind eher Modelleisenbahner. Wir können ganz tolle Landschaften bauen. und ich erinnere noch, weil ich glaube, dass das mit dem Umschalten auf die Selfie-Kamera nicht funktioniert hat. Also wir können ganz tolle Landschaften bauen, ganz tolle Software programmieren, ganz tolle Züge machen, aber wir können keine Live-Sendung machen. Aber ich hoffe, ihr findet das trotzdem eher lustig oder unterhaltsam oder charmant. Guck mal, da läuft er da durchs Bild. Und es ist jetzt auf meinem, ich habe hier so einen kleinen Bildschirm hinter mir, damit ich nicht auf Freddys Handy mal die ganze Zeit gucken muss. Der ist jetzt auch aus. Also ich hoffe, dass überhaupt noch irgendjemand zuhört. Also im Moment scheint der Ton gut zu sein. Also im Moment scheint der Ton gut zu sein. Ich lese hier alles gut, alles super, alles super. Ich würde sagen, jetzt läuft es wieder. Also leg noch mal los. Lenn mal weiter, girl. Ich habe die Selfie-Kamera, jetzt kommt es, jetzt habt ihr richtig was zum Lachen. Schalten wir mal auf die Selfie-Kamera. Thomas? Falsch rumgehalten. Das ist hier nämlich in diesem Kladder-Radatsch-Gelöte gar nicht so einfach zu erkennen. Ich wollte euch nämlich mal zeigen, wie wir uns hier so aufgebaut haben. Den da kennt ihr schon. Das ist der, der so viel redet. Franz versucht uns ein Bild zu liefern. Dieser Bildschirm hier versucht mich auf Stand zu halten. Das ist das Problem, warum wir manchmal nicht so genau wissen, was Sache ist. Der ist anscheinend nicht in Ordnung. Und da sitzt er. Der, der gerade schwitzt und versucht zu kämpfen, der Thomas, der sich hier tatsächlich in Eigenregie und Bastelkram, also er macht, das ist nicht das, was du eigentlich bei uns normalerweise machst, der einfach mal gesagt hat, ey, wir können mehr als ihr. Haltet einfach ein Handy vor die Nase und macht da einen Livestream drauf. Da sitzt Basti, der wird nämlich mit aus von den vielen, vielen Fragen, die ihr stellt. So, jetzt habt ihr mal gesehen, was wir hier als absolute TV-Amateure versucht haben. Und vielleicht habt ihr jetzt auch ein Gefühl, warum es nicht funktioniert. Ich würde sagen, aber Gerrit, du machst jetzt mal weiter mit dem Leitstand. Mach nochmal einen Schnelldurchlauf von dem, was vorher war, aber nur ganz kurz und knapp und dann steigst du wieder ein. Weil der Leitstand ist wirklich eine Granate. Das ist absolut toll, wenn man sich vorstellt, dass man hier dann steht als Zuschauer und die ganze Zeit auf diesen Monitoren wird was passieren. Es wird nicht nur das Bild sein, was jetzt da ist, sondern wir träumen davon, dass tatsächlich mal so ein Zug, also so ein Video von Highspeed ICE, wie er darüber langfährt über den Harz, der da hinten ist, dass man so eine Aufnahme hat, wo ja komplett der Bildschirm nur sozusagen dieser ICE ist, wie er darüber rast und so. Wir wollen nochmal ganz viele Spielereien machen, von wegen, wie viele Lichter sind gerade an. Aber da kann Gerrit ein bisschen immer noch zu sagen, also nicht nur die knallharte Technik, sondern was zeigen wir auch. Genau, wir können wirklich eigentlich, wenn wir das irgendwann mal komplett begriffen haben, was wir hier für ein Wunderwerk der Technik haben, also das Manual, wenn es sowas gäbe, ausgedruckt wäre, wahrscheinlich so dick, können wir wirklich alles machen. Wir können Animationsspiele rein, aber das erstmal muss ja sozusagen die Arbeitsgrundlage geschaffen werden, dass wir hoffentlich bald auch damit eine Anlage steuern können. Vor allem mit acht Leuten, das muss man sich mal vorstellen. Acht Arbeitsplätze, alle haben verschiedene Aufgaben, einige steuern die Züge. In Vollbesetzung kann man so ungefähr sagen, fünf Leute steuern die Züge, zwei steuern das Car-System und einer den Rest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und alle gucken gleichzeitig auf diese Daten und brauchen auf diesem Bildschirm das, was sie sozusagen für diesen täglichen Job brauchen. Und das Lustigste ist immer, dann stehen hier Leute und sagen, wow, den ganzen Tag Eisenbahn spielen und dafür auch noch Geld kriegen. Das ist immer der Spruch, der richtig für Begeisterung saugt. Und deswegen, auch nur deswegen, haben wir diesen Abstand zwischen den Sitzen und dem Besucher, der diese schönen Fragen stellt, um genau 50 Zentimeter verlängert, weil das sind genau diese 50 Zentimeter, die dafür dann nicht mehr reichen. So, also, das ist der neue Leitstand. Ich mache mal was Folgendes, was man mit dem auch machen kann. Ich habe hier jetzt einen Rechner mir hier aufgewählt und auf dem starte ich jetzt mal ein Video und zwar das Video, wie wir den Leitstand denn gebaut haben. Das starte ich jetzt so und jetzt kann ich noch was machen. Ich packe mir das auf dem großen Bildschirm da hinten. Da ist es. Das heißt, ich habe jetzt hier wunderbar in 4K ein mega tolles Video, aber damit ihr das nicht in einer abgefilmten Qualität sieht, wird Thomas jetzt versuchen, euch das direkt reinzuschalten und mich dann im Kleinen. Und ich kann euch dabei erzählen, da sieht man mich, wie ich den, wir haben ihn 14 Jahre lang benutzt, 15 Jahre sogar, den alten Leitstand mit abgerissen habe. Es war ein Freudentag, weil wir wussten natürlich, was wir hier Neues kriegen, aber es war gleichzeitig auch eine große Trauer, weil wir haben hier fast 15 Jahre dran gesessen und uns so einen Alltag dran verbracht. Wir sind umgezogen zwischenzeitlich, weil wir konnten ja nicht den Leitstand abreißen und dann machen wir einfach mal das Wunderland zu. Hätten wir doch gekonnt, wussten wir nicht, wo wir das Wunderland gekonnt haben. Also haben wir so einen Leitstand in der Geschichte des Wunderlandes, der am meisten Wunderland-like war. Und dann kamen diese großen Bildschirme. Also das war so der Feiertag, weil wir haben echt immer gedacht, oh, diese riesen Bildschirme, wie freuen wir uns da drauf, aber sie sind schwer. Wir haben sie hier reingehievt und langsam war sicher, Das ist eine ganz schnelle Frage. Was sind das für Tastaturen? Das sind spezielle Tastaturen. Die Firma ist Waytech, die sich mit Leitwartensystemen beschäftigt. Mach keinen Punkt. Das ist ja gut, ja. Das ist ja gut. Und vielleicht mehr so. Die Mathe-Mailer-Vorpommern ist eine sehr wichtige Geschichte. Aber wir haben schon die G attention, wie wir es sind, die sich mit Leitwartensystemen disconnected. Das war so. Und das war so. Und das war so. die Stimmung, die Stimmung und die Stimmung, die Stimmung, Die Stimmung, die Stimmung, die Stimmung, die Stimmung, Also wir holen uns natürlich Angebote vorher ein. Wir haben auch so ein großes Gefühl, was es am Ende kosten wird. Und dann werden natürlich Entscheidungen getroffen. Aber dann hören wir auf zu zählen, weil das macht nur unglücklich. Jetzt ist es voll weiter damit. Aber mit allen Baumaßnahmen, hier das umzubauen, den Ersatzleistung zu bauen, die Technik anzuschaffen, die Video-Rolls, die Software, die Arbeitsstunden, die Konfiguration, die Warnung, die Planung reingehen, liegen wir sicherlich bei ungefähr 250.000 Euro. Also das ist schon Geld. Aber andersrum, andere kaufen sich dafür ein Lamborghini. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mehr Spaß habe. Gut, die ungefähr 0,1% der Lamborghini-Fahrer, wenn jetzt alle Kommentare schreiben, wahrscheinlich ich. Aber schauen wir mal. So, also der Leitstand, ich könnte Stundentechnik, aber ich habe das Gefühl, dass man dann eventuell den einen oder anderen von euch auch langweilt, die ein bisschen umfassender jetzt gerade andere Themen haben würden. Ich könnte zum Beispiel, Freddy, es sei denn, du hast deine Worte jetzt so lange aufsparen müssen, wie ich dich kenne, sind etwa eine Million dazu gekommen, die du gerne rauslassen würdest. Ja, ich wollte die ganze Zeit nicht unterbrechen, weil ich immer wieder mal lese, Ton weg, Ton wieder da, Ton weg, Ton weg, Bild hängt, Bild wieder da. Ich glaube, wir sollten uns die nächsten zwei Wochen nicht um den Leitstand kümmern, sondern wenn wir mal wieder so ein Live-Event machen wollen, was eigentlich, ehrlich gesagt, ihr merkt ja vielleicht, wir reden wahnsinnig gerne und auch wahnsinnig viel, bloß es macht keinen Sinn, wenn der Ton nicht da ist. Und wir würden es wieder machen wollen, in vielleicht zwei, drei Wochen oder so. Wir werden natürlich schauen, dass wir das nächste Mal noch besser hinkriegen. Immerhin ist das Bild nicht ganz so effekt wie beim letzten Mal. Aber, Gerrit, ich muss dir ein bisschen Info geben, ob der Ton noch da ist. Deswegen gucke ich ein bisschen mehr als sonst auf dieses Ding und lass Gerrit mal reden. Alles klar. Und deswegen, weil wir direkt beim Leitstand sind, habe ich jetzt hier ein neues Video gestartet. Oder warte, ich habe mich da verklickt. Ich starte das gleich nochmal. So, und zwar das Testfahrten-Video werde ich euch mal zeigen. Ich starte das jetzt mal so und bringe es auch auf die Wall. Unfassbar. Ich habe es geschafft, was mir Kollegen hier und da mal berichtet haben. Man kriegt es auch zum Absturz, das System. Aber, ich gebe noch nicht auf. Ja, keine Ahnung. Doug. Jeder hat so seinen Notruf in der Tasche. Doug. Das ist Doug. Der kommt jetzt rein, weil er wird wahrscheinlich auch sich sagen, er hat es geschafft. Ich will wissen, was los ist. Ich kann die vorher nicht mehr umschalten. Das ist dieses Phänomen. Doug kommt rein in den Raum. Man hat irgendein Problem. Der kommt hin, betrifft nur den Raum und das Problem ist weg. Da fragt man sich, danke Doug. Ey, super Hilfe. Also, was du alles kannst. Gut. Also, Doug, kannst du auch einen Facebook-Livestream machen? Nächstes Mal versuchen. Aber auf jeden Fall, ich wollte euch doch die Testfahrten zeigen. Das hat jetzt natürlich dann nicht geklappt. Das machen wir jetzt. Wir starten jetzt mal die Testfahrten. So, und jetzt sind sie auch auf der Wall. Genau, dann kann Frederik auch mitgucken. Denn wir müssen ständig, und das tun wir auch schon über den neuen Leitstand, unsere Anlage fahren. Das heißt, die Mitarbeiter sind alle zu Hause, aber ein paar wenige kommen, wir machen es meistens montags, hierher. Erstens fahren sie sich ein bisschen in den neuen Leitstand ein und bewegen die Anlage. Das heißt, wir müssen wirklich fahren. Wir haben festgestellt, schon einmal nach der ersten Woche fuhr die Anlage ganz anders, als wir sie die 20 Jahre vorher gefahren haben, als sie keinen einzigen Tag Pause gemacht hat. Die Züge zicken, der Staub ist ein Problem, den kann man wegmachen. Aber wir stellen fest, sowohl die Anlage mag es nicht, dass die Luft hat sich auch verändert, wenn keine Besucher mehr da sind. Und auf diese Veränderung reagieren wir, indem wir sie wirklich einmal die Woche fahren. Wir packen die Schiffe ins Wasser und lassen die fahren, weil zum Beispiel da haben wir gemerkt, die Rümpfe waren jahrelang im Wasser. Wenn die jetzt plötzlich trocknen, verändert sich die Farbe oder plötzlich werden die Spurröde. Das heißt, die müssen ab und zu mal wieder ins Wasser. Und das ist natürlich ganz gut, dass wir diesen neuen Leitstand, auf dem wir alle noch nicht so richtig fahren können, das ist wie ein Neuautofahren lernen, mit einfahren können, aber die Züge halt auch machen. Das hier sieht man ja zum Beispiel Felix, da war ich dabei, als diese Kampe-Bilder entstanden sind. Das war der erste Testtag. Da waren wir wirklich kurz am Fluchen und haben gedacht, ob das alles so gut geht, dass wir die Anlage, wer weiß, nachher zwei Monate, drei Monate stehen lassen müssen. Der Flughafen mal, wie es leer aussieht, da habe ich in der Matz noch mal schöne Bilder als Erinnerung, wie es eigentlich sein soll. Das ist übrigens ganz witzig, dass die ersten zwei Testfahrten, das war, glaube ich, ein Montag und dann nächste Woche Montag, im eine Wochenrhythmus, wo wir die Anlage hochgefahren haben, lief das super. Dritte und vierte Woche lief das plötzlich katastrophal. Also wir haben schon gedacht, oh Gott, wir müssen hier tatsächlich jeden Tag wahrscheinlich die Züge fahren lassen. So sieht es in Frankfurt auf der Startbahn, glaube ich, momentan auch aus. Das ist unser Schattenflughafen. Und in der fünften Woche lief es wieder super. Das heißt, wir haben noch nicht so ganz durchschaut, warum in einer Woche nach so einem Stillstand ein paar Tagen oder so die Züge richtig gut fahren und manchmal ganz schlecht. Da sind wir noch in der Findungsphase. Also ich habe hier noch eine Info. Anscheinend am Anfang der Leitstanderklärungsphase ist bei einigen Leuten vier bis fünf Minuten der Ton weg gewesen. Es wurde jetzt gebeten, dass du das noch mal mit dem Leitstand erklärst. Da bei einigen der Ton aber da war, wir immer noch nicht so wissen, woran das liegt, würde ich jetzt einfach sagen, wir werten das mal aus, gucken uns den Livestream hinterher an und beim nächsten Livestream würde Gerrit noch mal auf den Leitstand zu sprechen kommen, weil wir haben ja noch so viele andere Themen. Ich weiß nicht, bist du mit dem Leitstand für dich befriedigt? Ja, aber ich kann das für euch, für die, die es nicht mitgekriegt haben, tontechnisch, fasse ich es einfach noch mal ganz schnell zusammen. Ey, echt super das Ding. So, fern. Nein, wir sind echt zufrieden. Also es ist ein tolles Teil. Ich bin ja kein Techniker und ich hatte mir das so wahnsinnig gewünscht, dass wir eine Spielebene noch mehr mit haben. Der alte Leitstand hatte zwar so oben so ein paar Kameras, also ein paar Kameras aus der Anlage sozusagen, wo man eine subjektive, nennt man das, also eine Zugfahrt mitgemacht wurde, aus der Lok herausgefilmt und so. Ich wollte immer mehr Spielkram und wir haben wirklich, ich glaube, drei oder vier Jahre überlegt, mit unserem Budget, was jetzt noch kein NASA-Budget ist, wie kriegen wir so ein Spielkram hin, dass hier zwischendurch, also wirklich Züge rüberfahren, das Bild sich komplett wechselt, dass mehr Statistiken da sind, wie viele Feuerwehreinsätze heute schon und so weiter. Und ich bin so froh über mein Ergebnis. Das kann man jetzt hier auch im Live-Event überhaupt nicht zeigen, was dieser Leitstand kann. Ich mache mir schon fast eher später Sorgen, dass dieser Bereich hier, also hier können ungefähr, ich würde mal sagen, so 20 Leute stehen. Der alte Leitstand standen meistens so zwei, drei, vier, fünf Leute und haben da ein bisschen zugeguckt, dass das hier ein Gedränge wird. Und Gedränge in Corona-Zeiten ist mega angesagt. Also da sind wir sehr gespannt, wenn wir den irgendwann wieder aufmachen können, wie dieser Leitstand angenommen wird. Gerrit, Formel 1. Formel 1. Die meistgestellte Frage immer, wenn ich irgendwo außerhalb des Wunderlands bin und die Leute wieder mal denken, dass ich Gerrit bin, weil es gibt ja nur Gerrits Tagebuch, ist immer wieder, ey, Gerrit, fahren die Auto, fahren die Formel 1 Autos jetzt und dreimal auf Stokaten, fahren die Schiffe jetzt. Wie sieht es aus mit Formel 1? Haben wir eine Chance? Ist das nicht eine Riesenchance für dich, Corona? Also es ist tatsächlich so, dass es sein kann, wenn wir immer wieder öffnen können und Monaco eröffnen können und das alles geklappt hat und dass am Ende vielleicht, wenn alles toll läuft, nur zwei bis drei Monate Verzug waren, dass es genau die zwei bis drei Monate waren, die ich brauchte und vielleicht sogar genau solche zwei bis drei Monate, weil man kann momentan hier ruhiger arbeiten als sonst, weil natürlich die Störungen einfach abgenommen haben. und das zeigt mir auch, alter Schwede, was wir uns da vorgenommen haben. Wir sind seit sechs Jahren dabei, aber ich mache es mal so, ich fange mal wirklich vor sechs Jahren oder vor fünf Jahren ist das jetzt der Fall an und zeige euch dazu ein paar Bilder und zwar, es ist ein bisschen wild, da sieht man einen Magneten im Kreisfahren auf einer Platine und da sieht man eine fette Steuerplatine, das war so ungefähr nach, die Bilder sind ja schon im ersten Jahr alt, aber wir hatten irgendwann, beziehungsweise Axel, das war der mit den blonden längeren Haaren, der da sitzt, der hatte irgendwann die Idee und wollte mit einem sogenannten Halbach-Array sagen, ich kann dir jeglichen Gegenstand frei über eine Strecke fahren lassen. So, wow, gut, mach mal. Und dann hat es tatsächlich ein paar Jahre gedauert, denn die Technik ist so, du hast 38 Magneten auf so einem kleinen Quadratzentimeter in einer bestimmten Plus-Minus-Anordnung angeordnet und man hat eine kleine Platine, die ist passiv genau genommen, also hat keine intelligenten Bauelemente drauf, da fließt nur Strom durch und da sind in unserem Fall in 0,7 Millimeter Abstand Leiterbahnen drauf gekreuzt und über stärkere Ströme durch diese Leiterbahnen durchgejagt, kann man Magnetfelder erzeugen, Plus oder Minus. Und wenn die genau harmonisieren mit diesem Halbach-Array, also dieser Anordnung, dieser Raute mit diesen Magneten, dann kann ich diesen Gegenstand immer 0,7 Millimeter in eine der beiden Richtungen weiterbewegen. Das wird immer zu einer fließenden Bewegung, aber der Haken, das funktionierte ganz gut schon so bei den ersten Tests. Diese Platine, die man jetzt da sieht, die übrigens mit der Hand noch gefertigt wird bei uns, das macht Sascha, der sitzt da etwas über einen Tag und macht die ganzen Bauteile drauf, dann kommt das in den Brennofen, am Ende kommt ein bisschen Handlötung und fertig. Und Sascha hat dann guten, ruhigen Schlaf, wenn er das fertig hat. Diese eine Platine, die man da sieht, steuert gerade am Ende mal eben 16 Sektoren, nennen wir das, also 16 kleine, 4 Zentimeter lange Stücke einer Strecke. Das heißt, solche Steuerplatinen brauchen wir über 100. Da sind alleine irgendwie, ich glaube, 120 Prozessionen mit der Ortung nachher zusammen drauf. Das mal die Ortung noch, kommen wir auf zigtausend Mikrocontroller, die alle ein Softwareprogramm drin haben und die alle harmonisiert miteinander arbeiten müssen. Aber man hat es eben gerade schon einmal an einer Stelle gesehen, da fuhr tatsächlich schon ein Auto und da kommen wir gleich nochmal zu, denn der nächste Teil war das, als wir merkten, das geht vielleicht, dass wir uns entscheiden mussten, wie bauen wir denn die Strecke überhaupt. Wir haben Monaco ja nun nachgebaut, das würde aber einen riesen Raum des gesamten Wunderlands füllen, wenn wir ganz Monaco bauen würden, also mussten wir das alles ein bisschen komprimieren und haben uns dann entschieden, wie machen wir denn diese Elektronikplatinen, die es am Ende sind, dreidimensional. Das heißt, diese Strecke geht ja hoch und runter, also das sind ja Berge in Monaco. Wie macht man da denn eine Steuerplatine, worauf diese Leiterbahnen laufen sollten und haben erst mal getestet. Wir haben mit Platinenmaterial ausgiebig getestet, wie denn das Platinenmaterial sich verhält, wenn wir es biegen und zerren und wie schaffen wir es denn überhaupt, das nachher am Ende so zusammenzuberechnen, die Strecke muss ja im Computer gezeichnet werden, dass am Ende, wenn du einmal 21 Meter mit bis zu 25 Zentimeter Höhenunterschied zurückgelegt hast, wieder genau auf dem Punkt am Ende der Runde zusammenkommst. Das war allein ein halbes Jahr im 3D-Programm Arbeiten, Rechnen und wir haben uns die ganze Strecke dann einmal wirklich gefräst und ausprobiert, bis das passte. Und jetzt sind wir seit zwei Monaten dabei, Fulltime, also jetzt gerade nicht, wir machen eine kurze Pause, diese Leiterbahn 0,7 Millimeter Abstand für eine 21 Meter lange Strecke zu zeichnen. Weil das ist, also kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Sisyphusarbeit ist. Da kann uns der Rechner und Makros und was weiß ich auch nicht viel abnehmen. Das macht man mehr oder weniger mit der Hand. Und dann irgendwann sind wir wahrscheinlich in drei bis vier Wochen soweit, dass wir den Knopf drucken könnten und sagen könnten, jetzt muss ein Hersteller die größte Elektronikplatine der Welt wahrscheinlich bauen, nämlich unsere Formel 1 Strecke. Freddy ist ganz ungeduldig, ich weiß nicht wieso. Ich bin überhaupt nicht ungeduldig, ich höre dir zu, ich lerne ja auch immer was. Aber ich dachte schon, wir haben die Videos, anhand derer ich erklären wollte, ziemlich lang geschnitten. Nein, also sie sind schneller durchgelaufen, als ich reden konnte. Denn jetzt ist die Programmierung entscheidend. Da erzähle ich vorher was, weil im Endeffekt, dass nachher auf dieser 21 Meter langen Strecke Autos tatsächlich in alle Freiheitsgrade frei sich bewegen können, in alle Geschwindigkeiten, ist ja das eine. Das andere ist, wie bewegen die sich denn? Also wer entscheidet denn, dass das Auto jetzt bremst, beschleunigt oder wie auch immer, das muss ja irgendeine Steuerungssoftware machen. Und da habe ich vielleicht ein bisschen zu den Sternen gegriffen, das beichte ich jetzt mal, Freddy, der weiß das nämlich noch nicht, und merke, dass das echt knapp wird mit der Zeit, das zu programmieren, was ich mir vorgenommen hatte. Ich hatte mir vorgenommen, dass also so ein Computer, so ein moderner, heutiger Computer, steht aus mehreren Kernen, nennt sich das. Also mehreren kleinen Computern, die in einem zusammengefasst sind, in einem Chip dann nachher, die gleichzeitig Dinge erledigen können. Und mein Plan war mal, dass ich jedes Auto, was auf dieser Strecke fährt, 20 Formel 1 Autos, übrigens Ex-Course, bei uns ist ganz wichtig, dass wir machen zwar die Formel 1, weil die ist in Monaco irgendwie Standard, das gehört dazu, das stellt sich hervor, aber mein Herz schlägt eigentlich dafür, in Wirklichkeit die Formel E zu fahren, nämlich beides. Also gleich zu zeigen, es gibt auch die leise, umweltschonende Alternative zur Formel 1, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich glaube, wenn man als Besucher mal davor steht, und so das Rauschen von 1000 PS aus dem Elektromotor hört, dann hat man innerhalb kürzester Zeit, merkt man auch dieses Power-Gefühl, man braucht vielleicht gar keinen Verbrenner, obwohl das natürlich auch gut klingt für einige. Aber wir fahren die Formel E und die Formel 1 und es soll so sein, dass jedes Auto im Computer sozusagen ein autarkes Programm ist. Das soll seine eigene Intelligenz sein, da soll ein Fahrer am Lenkrad sitzen und entscheiden, überhole ich jetzt rechts, links, bremsig oder wie auch immer und eigentlich gar kein Masterprozess geben nach dem Motto, wir fahren hier eine Formel 1 Show, die wir einmal durchprogrammiert haben und per Knopfdruck fährt, die jedes Mal gleich, sondern es soll jedes Rennen neu aussehen, weil sich plötzlich, der eine hat bessere Reifen oder wie auch immer und wisst ihr jetzt eigentlich, warum ich gerade so anders rede als sonst, weil der zappelt die ganze Zeit neben mir, weil ihm das wahrscheinlich viel zu viele Worte sind. Nö, ich finde das großartig, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mal die eine Will mache und dich unterbreche oder ob ich dich einfach reden lasse. Wir haben so wahnsinnig viele Fragen. Möchtest du weiter einen Monolog halten oder möchtest du mal ein paar Fragen haben? Allerdings sind die Fragen, einmal an euch, die Fragen sind jetzt tatsächlich nicht mehr immer aktuell zu Formel 1, sondern ich habe hier noch einige vom Leitstand, einige noch aus der Corona-Zeit. Dann machen wir so, ich mache jetzt noch zwei Minuten zu Formel 1. Ich wollte dir die wichtigste Frage überhaupt mal so stellen, so richtig Talkmaster-mäßig. Herr Braun, Sie haben jetzt mega was erzählt, aber wird das überhaupt was? Das wird zu, also, also, der interne Running-Gag, er möchte immer eine Prozentzahl haben, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir irgendwann mal die Formel 1 so fahren, wie ich es mir vorgestellt habe. Dein letzter Stand ist? Dass alles wie immer schwierig ist, dass er pessimistisch ins Bett geht, dann komme ich morgens und frage, ich habe mal drüber nachgedacht und ja, mir würden ja auch erst mal sechs Autos oder gar zwei Autos reichen und dann sagt er schon, ah, nee, ich habe schon wieder eine Idee. So geht das bei ihm fast immer. Abends habe ich mich dann gefreut den Tagsüber, dass es jetzt wieder wieder gut aussieht und dann gehe ich mal bei ihm vorbei und dann sagt er, ja, nee, also, das ist wieder scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich sage ganz ehrlich, ich freue mich darüber, wenn da zwei Autos wie verrückt im Kreis jagen. Also, eins wäre für ein Rennen ein bisschen zu wenig, aber zwei, die ein Rennen fahren, wäre für mich schon mal richtig cool. Sein Traum, da wirklich die ganzen Autos fahren zu lassen, kann ja noch ein Etappenziel sein oder das Endziel sein. Ich stelle die Frage nochmal, weil Sie sind ja so schön ausgewichen, Herr Braun. softwaretechnisch. Darf ich die Frage einmal stellen? Fahren zur Monaco-Eröffnung mindestens zwei Autos computergesteuert? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 82, ich bin noch bei der Nachkommastelle, vier Prozent ja. Okay, und fahren wir richtig schöne, autarke, jedes Mal anders, nach Zufallsprinzip, endende Formel-1-Rennen mit mindestens zehn Autos zur Eröffnung? Wenn wir mit zwei Autos zur Eröffnung fahren, fahren wir auch mit 20. Okay, das heißt, das eine macht das ein. Genau, es ist entscheidend, ob diese Strecke technisch funktioniert, ob wir 21 Meter mit den ganzen Höhenüberwindungen standfest zum Laufen kriegen, also ob das wirklich elektrisch funktioniert, ob wir die Wärme abgeführt werden, denn die Wärme ist eins der größten Probleme, um diese Bewegung zu erzeugen, erzeugt Wärme, und wenn es über elektromagnetische Felder läuft, dann hoch X, das heißt, ob wir die Wärme weg kriegen, funktionieren die X.000 Mikrocontroller standfest, denn wenn einer ausfällt, stehen wir, aber das ist so, bei Elektronik sagt man normalerweise, die ersten vier Wochen fällt was aus, danach hält es 20 Jahre, wenn es nicht, dann lassen wir das. Also sagen wir mal so, zur Schiffsteuerung hast du auch genau die gleichen ähnlichen Zahlen zur Eröffnung gehabt und dann haben wir alle immer gedacht, ja, dann ist es halt nicht zur Eröffnung fertig, sondern ein Monat später, aber die Schiffsteuerung ist ein ganz anderes Thema, weißt du, die Schiffsteuerung... 10 Jahre später, 12 Jahre später, 13 Jahre später, da sind wir jetzt. Prognose, 25 Jahre später. Also was machen wir mit den anderen noch fehlenden 13,1% Chance, dass es nichts wird? Ich muss mal kurz, weil ich rappel immer gegen mein Mikrofon. Also die Schiffsteuerung ist ein anderes Problem, das ist nicht fertig geworden, weil danach, als das Ding schon ins Wasser gefallen war, im wahrsten Sinne des Wortes, waren andere Dinge interessanter. Da bräuchten wir nur mal die Zeit, weil heutzutage würden wir es locker lösen können. Herr Braun, Sie weichen schon wieder aus. Was ist mit den letzten verbleibenden Prozent? Heißt das dann, dass wir das etwa später fertig kriegen oder heißt das dann auch irgendwann, wenn es 87% oder wenn die 17% in Frage kommen, dann scheitern wir ganz? Also er sollte Talkmaster werden, was er nicht weiß ist, sobald die Kamera aus ist, kriegt er auf die... Also ich weiß es nicht. Also gibt es immer noch die Chance, also ich kenne ja die Antworten, ich will es für euch nur ein bisschen entspannen machen. Gibt es die Chance, dass wir komplett scheitern? Die gibt es. Und zwar die Chance ist an, also nicht mehr softwaretechnisch, da kriegen wir Notsysteme hin und die werden dann mit jedem Tag besser oder wie auch immer. Auch in der Software der Mikrocontroller ist Axel mittlerweile so weit, dass er in der Kurve, wo die Leiterbahnen ganz komisch hintereinander greifen, es mathematisch hinbekommt, dass wir einen Spurwechsel machen können. Das haben wir alles, das kann ich auch gleich kurz zeigen, schon hinbekommen. Was wir nicht wissen ist, kommt diese Leiterplatten, die wir in 24 Teile zerlegen müssten, kommen die so aus der Fertigung wieder zurück, die sind sauteuer, die willst du auch nicht zweimal bezahlen, kommen die so zurück, dass die aneinander passen und dass die stromtechnisch in der Anlage, das ist was anderes als bei mir auf dem Schreibtisch, sauber funktionieren. Das ist meine größte Sorge. Und diese Platinen, die du gerade gesehen hast, da sind eine Menge Bauteile drauf, funktionieren davon 100 Stück gleichzeitig fehlerfrei. Das ist die große Frage. Dafür haben wir aber noch ein paar Monate Zeit und diesen Test kriegst du so bald, zwei Monate nachdem wir den Knopf drücken konnten, ja, das Wunderland ist wieder on the way, Corona ist überstanden und so weiter. Weil vorher drücke ich den Knopf nicht, weil das sind enorme Kosten, die ich auslöse, in dem Moment, wo ich sage, jetzt fertigen wir diese Strecke. Okay, wann wir wieder öffnen, ist auch schon x-fach gefragt worden, das muss ich ausholen, das machen wir gleich. Ganz schnelle Frage und Antwort zum Beispiel zur Formel 1. Was kostet die Formel 1? Kann ich beantworten, siebenstellig. Das ist, da arbeiten wir seit fünf Jahren dran mit vielen Leuten, bis das fertig ist, das teuerste sind immer die Lohnkosten. Und das wird, also insgesamt Monaco wird mit der Formel 1 wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Millionen kosten, weiß man nicht genau, weil wir haben kein Budget. Wir bauen das Geld, was wir sozusagen an der Kasse reinkriegen, wird sofort wieder in die Anlage gesteckt. und wir zählen hinterher, wie viele Stunden wir verbaut haben und dann wissen wir ungefähr, was es gekostet hat. Nächste Frage, bauen wir jedes Jahr die Autos neu? Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich muss mal gucken, ob ich das perfekte Video dazu finde, also das ist bei mir Programmierung, habe ich das genannt, da ist es glaube ich drin, da kann ich was zu sagen. Soll ich das Video mal starten? Ja, das möchte Florian nämlich sehr gerne wissen. Ja, das kriegt er dann beantwortet. Und vielleicht kann er sich fast selbst beantworten, wenn er das Video sieht. Ich starte mal die Programmierung. Und baue mal in deine Antwort gleich ein, ob wir auch Unfälle machen. Da sieht man nämlich, wie so ein Auto, das müssen wir kompliziert 3D-mäßig am Rechner zeichnen und dann wird das gedruckt und es ist eine hohe Anforderung an das Material, dass das nicht bricht, weil wir wissen noch nicht, wie viele Unfälle wir unfreiwillig bauen, aber es werden viele sein. Aber absichtlich auch welche? Und da, guck mal das Auto an, Freddy, wenn du das siehst, da stecken, bis das soweit ist, schon fast eine Woche Arbeit drin für eine Person. Und dann müssen wir zwei pro Team davon bauen, dann müssen die noch Räder kriegen, die Technik kriegen. Also ich schätze, dass wir es nicht schaffen werden, alle 20 Autos jedes Jahr komplett neu zu bauen, weil dann müssten wir zwei Mitarbeiter nur mit dem Bau von Autos beschäftigen. Also werden wir uns das so zusammenschummeln, ich hasse dieses Wort, wir mögen es alle nicht, weil wir Perfektionisten sind, dass das irgendwo in einem vertretbaren Aufwand ist. Dass wir jedes Jahr vielleicht sechs neue Autos bauen und die anderen fahren Ich sag ganz ehrlich, das ist scheißegal, das wird so geil werden, wenn das funktioniert, das wird so der Hammer sein und dann ist es egal, ob das jetzt ein aktuelles Auto ist oder nicht. Wir haben da schon x-fach drüber diskutiert, ich sehe das viel, viel entspannter, es muss nicht immer das neueste Auto sein. Wir haben auf der Anlage teilweise noch Autos, die stehen seit 20 Jahren auf dieser Anlage und sie sehen immer noch gut aus. Jetzt hat er mir die Chance genommen, die schönsten Bilder zu kommentieren. Ach, okay. Ist egal. Ihr habt es ja gesehen, das waren fahrende Formel 1 Autos, man hat es auch auf dem Bildschirm gesehen, wie es auf der Strecke aussieht und wir kommen voran und ich bin wahnsinnig nervös, aber auch unheimlich euphorisch vorfreudig, weil wir kommen voran. Wie viele Autos haben wir schon gebaut, fragt Jürgen Dornbusch. Wir haben, da sieht man das Standbild noch von der Maz, die da gerade lief. Wir haben uns 20 solche einfachen Prototypen gebaut und haben in ungefähr vier Wochen Arbeit für die auch diese Halbach-Arrays geklebt. Die muss natürlich einzeln kleben und das springen einem die Magneten immer um die Ohren, wenn man sie nicht gut genug festhält, weil die müssen immer inverse geklebt werden und die haben wir ausgestattet, um zu testen. Aber noch kein, wir haben ein einziges fertiges Formel 1 Auto in dem Design, wie es einmal mal sein soll, aber das steht in einer kleinen Box schön am Arbeitsplatz, weil die geben die Modell bei uns noch nicht, weil sie ganz gerne wissen, wir sind in den Testfahrten, wir fahren die kaputt. Ich hätte nicht meine blöden Kontaktlinsen reintun sollen, ich hätte einfach meine Brille nehmen sollen. Kommt auch mal der Safety Car raus, fragt Mike Budde. Also ich habe eine Boxengasse gezeichnet, ich habe eine Safety Car Standposition mit Rein- und Rausfahrmöglichkeit und Medical Car eingeplant. Das heißt, am Ende soll die Programmierung so sein, dass die Fahrzeuge in der Box stehen, natürlich der Sound entsprechend auch ist und dann fahren die eine Einführung, also nur eine Aufwärmerunde, die Einführungsrunde lassen wir weg, aus zeitlichen Gründen, weil ich schätze mal, dass die meisten Zuschauer da so lange warten werden, bis sie den Start gesehen haben. Dann machen wir eine Startaufstellung, einen Start und fahren wahrscheinlich drei bis fünf Runden Rennen, dann steht der Sieger fest und dann fahren wir direkt wieder in die Boxengasse. Das ist der Plan. Wo ich dann Medical Car oder Safety Car oder gar die Feuerwehr, die von theoretisch an zwei Stellen auch, dass es eingeplant kommen könnte, einbauen, müssen wir eventuell erst mal schauen, wie ist denn da so die Fülle, wie viele Besucher wollen denn zum Beispiel es live sehen, dass wir verschiedene Rennen fahren. Wenn die sich sagen, ich will jetzt 15 Rennen, jeder Zuschauer, der ins Wunderland kommt, will 15 Rennen sehen und dann ist er begeistert, dann habe ich ein Problem. Das dachten wir aber auch beim Flughafen. Das ist unser Nadelöhr, der Flughafen und die alle wollen die Bummel, Millennium Falcon und sonst was sehen. Es löst sich aber dann irgendwie, auch wenn es immer am Flughafen voll ist. Ich sagte jetzt schon, die Formel 1, wenn du das auch nur annähernd hin kriegst, wird ein Riesenproblem für uns werden. Aber ich sage immer, das ist ein schönes positives Problem. Einige Fragen sind schon von dir selbst geklärt worden. Zum Beispiel, ob wir eine Boxengasse haben, hat Yves Marx gefragt. Dann, wie schnell fahren denn die Autos, fragt Dagmar Dietrich. Also ich fahre... Wargumar Dietrich. Also das ist doch ein Verspieler, Basti. Keine Ahnung. Das kann ich alles einstellen. Ich habe die Software so gemacht, dass man Höchstgeschwindigkeiten einstellen kann. Man kann pro Auto den Grip für die Reifen, die Beschleunigungskraft, die Bremskraft einstellen. Und momentan fahre ich Ausfahrttunnel ungefähr 290 Stundenkilometer. In echt ist es ein Tick schneller. Hintergrund, wir haben die Strecke ein gutes Stück stauchen müssen. Das heißt, wir fahren nicht eine 1,30er oder 1,50er, glaube ich, ich weiß es nicht im Kopf, Monaco-Rundenzeit, sondern wir fahren bei, wenn wir mit 290 rauskommen, also umgerechnet auf den Maßstab, dann fahren wir eine Rundenzeit von etwa 45 Sekunden. Und um das alles ungefähr in einen Maßstab zu bringen und dass wir als Menschen auf unser Monaco nachher von oben drauf gucken werden, also aus der Helikopterperspektive, das müssen wir am Ende überhaupt erstmal sehen, was sieht realistisch aus. Weil wir wissen es ganz genau aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre, je größer ein Objekt, desto kleiner müssen wir es machen im Vergleich zu der Figur, die unten steht, weil wir Menschen ja nie von oben irgendwie drauf gucken. Und wenn wir irgendwo auf dem Fernsehturm stehen, dann gucken wir uns nicht genau diese Details an, ob die Größen stimmen, weil da gehen wir von aus. Hier im Wunderland ist es immer dieser Effekt, er sieht super aus, aber weil jeder entdeckt irgendein Detail, was ihm nicht gefällt. Das heißt, ich kann es am Ende justieren und wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach um die 290 bis 300 Stundenkilometer, also in Bezug auf das Original, Spitzengeschwindigkeit fahren, was dann grob ein Meter pro Sekunde ist. Also auf unserer Anlage wird das Formel 1 Auto in der Spitzengeschwindigkeit ein Meter pro Sekunde fahren. Und das ist ordentlich. Das ist wirklich schnell. Und nochmal zu dem Aber, weil natürlich, so wie ich das auch schon hier merke, an diesen hochinteressierten Fragen zur Formel 1, wir haben 1,4 Millionen, wir hatten bis Corona kam, 1,4 auf dem Weg zu 1,5 Millionen Besucher pro Jahr. Da hast du aus jedem Berufszweig jemanden dabei, der es besser weiß. Formel 1 Fahrer? Formel 1 Fahrer waren auch schon hier, also das hörten wir dann erst hinterher. Wenn wir jetzt nämlich in Kontakt mit Teams treten, dann hören wir, ja, hier, der Fahrer war schon mal da oder wie auch mal Namen nenne ich jetzt nicht. Aber das ist übrigens auch eigentlich eine ganz witzige Anekdote. Das ist, das ist ein Geschenk, wie wir mit dem, weil wir sind ja nicht nur Spielkinder, sondern wir können ja auch immer zeigen, hey Leute, wir meinen es aber auch ganz schön ernst und wir können auch ein bisschen was, wie wir doch die, die Türen geöffnet kriegen. Also selbst hier der, der Monaco Motorsport Club, der am Anfang, also der das Rennen ausseht, die waren am Anfang ganz reserviert, da kommen irgendwelche aus Hamburg und und wollen unsere Pläne. Nein, 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 aber dann haben wir mal erzählt und noch ein bisschen was gezeigt, was wir eigentlich machen oder wie auch immer und dann stehen einem sämtliche Türen offen. Das macht uns eigentlich, das ist eigentlich, es ist immer, es ist so ein bisschen so wie im Leben manchmal, so wenn du einmal Erfolg hast, dann wirst du ihn auch nicht wieder verlieren. Es macht uns das Leben manchmal echt ganz schön spannend und einfach, dass wir so totale Unterstützung kriegen. Dann einmal ganz schnell Vielen Dank dafür an alle, die ich jetzt angesprochen habe und es sind viele, inklusive aller Leute, die uns schon besucht haben und damit auch unterstützt haben. Werden die Fahrer unterschiedliche Charaktereigenschaften haben, wie zum Beispiel später Bremsen, mehr Kampflinie fahren und so weiter, fragt Chris. Ja, das werden sie auf jeden Fall, weil das ist der absolute Plan, dass ich jedem, jedem der Prozesse, also ein Computerprozess, das ist ein eigenständiges Programm, stellt ein Auto da im Rechner und den fütter ich mit Reifendruck, mit wirklich Bremseigenschaften, PS, Motorleistung und mit dem wichtigsten Faktor, das sind die Skills des Fahrers. Und ob der ausgeschlafen ist, ist der bissig, ist der heute eher, hat er Ärger mit seiner Freundin gehabt oder wie auch immer, das wird kommen. Und dann werde ich auch solche Sachen machen, dass man hier und da vielleicht auch mal blockt, also blocken ist, ich setze zum Überholen an und der andere zieht davor, das ist bei der Formel 1, glaube ich, ich bin jetzt nicht 100% immer auf dem Stand, einmal erlaubt, dann darfst du aber nicht wieder zurückziehen. Machst du das einmal, kriegst du vielleicht noch beim zweiten Mal heißt das eine Zeitstreife an der Boxengasse oder aber spätestens dann sagt das Publikum, fängt an zu pilbern und du verlierst deine Beliebtheit beim Publikum. Das werde ich versuchen, alles mit einzubeziehen. Dann, schnelle Fragen, schnelle Antworten, damit wir auch mal zur Kirmes kommen. Wird es Kräne geben, die defekte Autos aussehen? Wir haben so viele Ideen gehabt und wir sind seit 5 Jahren dabei, aber dass wir wirklich sagen, wir bauen das, ist so seit 1,5 Jahren ungefähr, haben so viele Ideen gesagt und haben sie fast alle verwerfen müssen, weil der Zeitdruck da ist. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Das kann ja dann auch nachgeholt werden. Wir versuchen, verschiedene Sachen vorzubereiten, aber gewisse Dinge waren, weil wir so im Verzug sind mit der Formel 1, einfach notwendig, jetzt erstmal zu sagen, komm, vergiss das jetzt erstmal, wir wollen jetzt die Formel 1. Wer hat die Formel 1 auf Bildschirm, kleinen Bildschirm kommentiert? Selbstverständlich. Danke, dass du mir diese Frage hast. Harald, danke für diese Frage, das habe ich nämlich vergessen, das Thema. Da bin ich nämlich gerade dabei, nachdem der Sound schon relativ gut funktioniert, dass du wirklich am Ende denkst, das Auto fährt da akustisch vor dir her und wir diese Sounds auch generieren für jedes Auto einzeln. Bin ich gerade am Programmieren, dass die Software versucht zu erkennen, wo ist gerade die Szene am spannendsten und dann, das ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich schaffen wir sogar das mit Live-Kameras in der Strecke auf die kleinen Mini-Screens und einen großen an der Decke wirklich eine Live-Übertragung zu machen. Unsere Gäste kennen das Wort Sarkasmus sehr gut. Was ist eigentlich auf unserem Flughafen, wenn die Lufthansa pleite geht? Wollen wir es nicht hoffen? Sarkasmus fällt mir nur wieder Trump ein, aber egal, anderes Thema. New York City fragt, also Andrea aus New York fragt, have you invited to fiddle? Not yet. Also wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir zur Formel 1 Eröffnung auch mal den einen oder anderen Formel 1-Fahrer herkriegen. Wir haben schon mal einen Kontakt geknüpft, dann haben wir auch Hoffnung, aber das ist schon ein bisschen zu den Träumen, zu den Sternen greifen, weil ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Terminkalender von einem normalen Formel 1-Fahrer aussieht und dann auch noch Vettel oder sonst irgendeiner von diesen Stars. Da hast du eigentlich auch als Wunderland kaum eine Chance. Trotzdem, wir sind ja verrückt und wir sind auch gemein und vielleicht schaut ihr ja auch gerade alle zu, ihr Vettels. Wir hätten euch gerne hierher, falls ihr das hierher, wir wissen nur noch nicht wann, dann müsst ihr erstmal den Coronavirus wegmachen, und dann können wir euch ein Datum nennen. Pass auf, liebe Formel 1-Fahrer weltweit, die ihr jetzt zuschaut, solltet ihr an unserem Eröffnungstag, der leider noch nicht feststellt, geschlossen hierher kommen, alle 20, dann programmiere ich die Software so, dass ihr mit euren Mediodelefonen, über Gleichgewichtssensoren, das Rennen live bei uns auf der Strecke fahren könnt. Wäre das was? Startaufstellung bestimme ich. Wer ist denn da noch eins auf Pol? Der letztes, der schnellste ist hinten, logisch. Achso. Was macht ihr damit, die Autos nicht geklaut werden? Das ist ja generelles Thema beim Car-System. Also kann ich auch beantworten. Ich glaube, wir haben in der Geschichte des Wunderlandes erst zwei geklaute Autos. Eins haben wir sofort wiedergekriegt, eins ist, glaube ich, kaputt gegangen beim Runterfallen. Das sieht das System ja sofort, wir haben überall Kameras und trotzdem muss ich auch ehrlich sagen, es gab keine Versuche ansonsten. Es ist tatsächlich so, 1,4 Millionen Besucher im Jahr haben genügend Respekt vor dieser Leistung. Und das ist für uns ein Traum, dass wir nicht, also ich kann mich erinnern daran, als wir hier zwei Monate... Ich muss dich korrigieren. Es ist doch nur ein Auto weggekommen, denn das zweite haben wir im Skandinavienbecken Jahre später gefunden. Ernsthaft? Das ist von der Brügge gefallen. Das wusste noch nicht mal ich. Aber wir haben hier zwei Monate vor der Eröffnung im Jahr 2001 gestanden, und haben einen namhaften Geschäftsführer eines großen Weltkonzerns im Modelleisenbahnbereich hier gehabt. Und der ging so mit uns rum und war echt begeistert und sagte, aber wann kommt denn das Plexiglas vor die Anlage? Und wir, welches Plexiglas? Ja, ihr müsst doch hier Plexiglas davor bauen, sonst ist das sofort kaputt. Dann geht ihr pleite nach zwei Wochen, seid ihr pleite. Das hat uns nervös gemacht, aber wir haben immer gesagt, nee, der Respekt, wir müssen so gut bauen, dass der Respekt groß genug ist, dass das alles heile bleibt. Und es werden Figurenchen geklaut, das sind aber meistens dann kleine Kinder, die das hoffentlich mit einem liebevollen Andenken irgendwo in der Schublade haben zu Hause. Aber insgesamt ist das toll und bei den Autos, mache ich mir auch bei den Formel-1-Autos, ehrlich gesagt, überhaupt keine Sorgen. Gerrit, wird es Spaß Autos geben, fragt Marcel. Ähnlich wie die Bummel am Airport. Also das Schöne ist, das sind die Fragen, die ich liebe, weil wir unterscheiden immer zwischen Pflicht und Kür. Also die Pflicht ist, dass hier 20 Autos ein Formel-1-Rennen haben und die Formel E ist eigentlich schon Kür, obwohl es eigentlich mein Herzstück ist. Und dann, wenn die Pflicht erfüllt ist, sprich, wenn wir mit diesen 20 Autos ein Rennen fahren können, ist alles möglich. Und dann wird es sicherlich auch, das wird das Team sich gar nicht nehmen lassen, irgendwelche Spaßdinge geben. Also wir können mit dieser Technik alles durch die Gegend fahren lassen, was wir wollen. Wir haben auch schon, wir freuen uns übrigens sehr darauf, diese Formel-1-Technik, wie wir sie nennen, zweck zu entfremden. Einige von euch haben in einem Gerrits Tagebuch mal so eine Skate-Ramp gesehen, wo man eine Halfpipe. Wir könnten theoretisch, wir können Figuren bewegen, das ist natürlich alles sehr aufwendig. Wir könnten am Ende sogar unsere K-Systeme, wie wir sie jetzt haben, auf diese Technik umbauen. Der Aufwand wäre aber gigantisch. Aber trotzdem, erscheint eine lustige Frage zu sein. Aber es ist auf jeden Fall so, wir werden damit viel Spaß haben. Gerrit, werden die Reifen nach Unfällen an Sicherheitsseilen befestigt bleiben? Ja, da habe ich mir intensive Gedanken gemacht. Eigentlich könnte es sein, dass die Formel-1 genau wegen dieser Sicherheitsseile nicht fertig wird. Okay. Wirst du die Formel-1, also Gerhard hat ja schon gesagt, dass er so ein bisschen nach Zufallsprinzip gewinnen lässt und auch sozusagen die Battles auf der Strecke ausgehen lässt. Werden die Teams denn so programmiert, dass sie tatsächlich ihrer Leistung entsprechend wie der aktuelle Formel-1-Stand ist und ein bisschen eine Verstärkung haben? Ich denke ja. Das ist ja im Endeffekt, das ist einmal im Leben ein bisschen Gottspielen sozusagen und zu entscheiden, wer das Rennen gewinnt. Macht ja zum einen Spaß, aber es soll ja auch realistisch sein. Das heißt, wir haben auch schon drüber nachgedacht, ob wir immer das letzte Rennen nachspielen, aber das wäre auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Aber ich hoffe so, dass die Software am Ende in der Lage ist, dass das alles so gemacht werden kann, wie wir vielleicht sogar am Ende der Zuschauer es entscheidet. Und Freddy, du bist doch derjenige, der uns finanziell, ihr hört mal kurz nicht hin, finanziell immer auf die sicheren Beine stellen müsste. Du rettest uns hier durch die Corona-Krise und so weiter und so fort. Was hältst du von so einem Münzeinwurf, wo du an der Formel-1-Strecke entscheiden kannst, welcher Fahrer gewinnt und wer am meisten eingeworfen bekommen hat, gewinnt? Passt nicht zu uns, würde ich sagen. Aber Gerrit, wie hoch ist der Fehlerprozess insgesamt bei euren Programmen? Ich weiß nicht ganz genau, wie F.R. das, F.B. hätte ich jetzt fast gedacht, Frederik, warum nicht F.R. das gemeint hat. Wie hoch der Fehlerprozentsatz ist. Also wie viele, ich schätze jetzt mal einfach, wie viele Loks stehen bleiben, wie viele Autos existieren. Also man muss dazu sagen, eigentlich ist das Wunderland, dank mir, weil Freddy sieht das anders, eine Apple-freie Zone. Deswegen gucke ich immer so auf dieses komische. Egal. Ich würde sagen, unsere Softwareprogramme haben nicht wesentlich mehr Fehler als so ein Gerät. Also wir haben Fehler. Ich glaube, so ist es gemeint. Aber wenn ich ein Programm neu in Betrieb nehme, dann ist es intensiv durchgetestet. Aber da wir keine große Sicherheitsrelevanz haben, wir haben keinen großen Weltuntergang, wenn das nicht passiert, kann ich ein System auch in Betrieb nehmen, wenn es noch nicht hundertprozentig ausgereift ist, weil die Jungs und Mädels vom Leitstand werden es mir schon berichten, weil die wollen nämlich einen möglichst reibungslosen Betrieb haben und berichten mir das. Und ich würde mal sagen, die Car-System-Software, die die Autos in Knuffing steuert, das ist sozusagen das älteste Programm, da kriege ich ungefähr noch einmal im Monat einen Bug berichtet. Was mich natürlich sehr schluss macht. Dieter hat es herausgefunden. Also ich habe am meisten Spaß, weil ich eure Fragen die ganze Zeit lese. Dieter hat gut aufgepasst. Dieter hat nämlich vor zwei Wochen anscheinend unseren anderen Live-Event gesehen, wo meine Haare noch gefühlt über meine Augen waren. Er hat mich gefragt, wo war der Friseur, der für dich extra geöffnet hat? Ja, Freddy, guck mich an. Ich muss ins Zeugenschutzprogramm, ich bin weg. Ich habe es geschnitten. Sieht man, oder? Bewegt sich auch die Boxen-Crew in der Boxengasse? Also es gibt ein, also ja, wir haben eine Box gebaut, wo sich die Boxen-Crew bewegt. Das ist mega. Ich war fasziniert, als ich es gesehen habe und ich war der, der gesagt hat, ihr wisst schon, dass ich da durchfahren möchte, wo die ganzen Figuren, da in dem Auto arbeiten. An dem Problem arbeiten wir noch. Wir haben tatsächlich mit Magnetfeldern und so weiter eine Boxen-Crew, die einen Reifenwechsel macht. Aber ich, wir kriegen das nicht hin, dass das Auto da angefahren kommt, dann die Boxen-Crew ankommt und dann mit den Magnetfeldern das bearbeitet. So weit sind wir noch nicht. Es kann sein, dass wir vielleicht auch ein bisschen schummeln, weil wir sowieso ein bisschen das Problem haben, dass wir auf die Boxengasse stauchen mussten. Und wenn ich alle 20 Autos hintereinander in die Boxengasse an die Boxen stelle, dann wird es ganz schön eng. Deswegen haben wir überlegt, ob wir es so machen, dass wir Teile, so ein bisschen an der Startlinie, Ausgangsstartlinie von der Boxengasse hinstellen, die sind schon fertig und nur an der Box stehen ein paar Autos, dann könnten wir ein paar Boxen belegen, wo auch tatsächlich Reifen gewechselt werden. Wir haben nämlich sowas schon hinbekommen. Lutz fragt, wird es eine Champagnerdusche geben? Wahrscheinlich für mich an dem Tag, wo es funktioniert und für Axel und die Crew, die Nico und Co, die Stefan, die das gemacht haben. Superuser fragt, gibt es auch Gerüche, wie stinkende Reifen? Gerüche ist ein spannendes Thema. Da haben wir ein bisschen und ganz vorsichtig bislang schon mit experimentiert. Aber man kann sagen, es ist, der Geruch ist nicht das Problem. Den kriegt man mittlerweile als Duftstoffe. Wir könnten hier an der Kirmes Lebkuchen und Ähnliches machen. Das wollen wir eigentlich auch. Das Problem ist, wir müssen dafür sorgen, dass der Geruch da bleibt, wo er sein soll. Und durch diese Lüftungsanlage verteilt sich das so schnell, dass wir wahrscheinlich Benzin und Reifengeruch weglassen werden, weil sich das dann überall verteilt. Und es gibt Menschen, die unheimlich empfindlich auf Gerüche und sehr unterschiedlich reagieren. Das heißt, alle Erfahrungen mit Gerüchen waren bei uns so, dass wir immer Minderheitenschutz auch machen. Es soll sich hier jeder wohlfühlen. Keiner vermisst den Geruch, wenn es andere stört. Und da den Kompromiss zu finden, wird nicht leicht. Aber Lust hätten wir. Es kommen massenhaft Fragen rein und es kommen auch sehr spezielle Fragen rein. Noch eine schnelle Letzte würde ich sagen zur Formel 1 oder hast du noch Bock? Oldtimer zur Fahrerparade? Oldtimer zur Fahrerparade? Ach so, ich muss sich erst mal fragen, was das bedeutet. Das ist eine witzige Idee. Wir haben einen Schattenbahnhof, also einen unterirdischen Parkplatz, eingeplant, wo ich Autos rein und raus fahren kann. Da ist Platz für 44 Autos. 20 Formel 1 Wagen sind auf der Strecke immer sozusagen. Und zwar ist es natürlich da, hier im Tunnel, in Monaco, fahre ich im Tunnel rein, kann abbiegen und andere wieder rausschicken. Und es ist eigentlich eine witzige Idee, die Fahrerparade zu machen. Danke für den Tipp. Okay, was war der größte Fail bisher im Wunderland? Im Wunderland, fragt Jochen. Ich habe die Antwort, der Coronavirus, das Coronavirus, aber wahrscheinlich technisch gemein. Technisch? Flughafen, glaube ich. Die paar Stunden, wo die mal die Startbahn gecrasht war, oder? Also wenn Duck aus dem Büro rauskommt und so guckt, dann ist technisch etwas kaputt. Ich gucke ihn mal gerade an. Ich gucke ihn mal gerade an. Nein, alles Bestes. Okay. Der größte technische Fauxpas ist die Schiffe, weil das ist einfach nicht fertig geworden zur Eröffnung. Ich dachte, dass wir Züge fahren können auf Schienen, wir können Autos mit Magnetunterstützung steuern, Schiffe wenigstens, die können nicht entgleisen. Easy peasy, da habe ich mich verschätzt und bis heute nicht fertig bekommen aus zeitlichen Gründen. Und am Flughafen hatten wir hier und da beim Bau große Rückschritte, aber wenn man jetzt den größten Fauxpas während der Eröffnungszeit nimmt, dann sind das insgesamt drei Crashes am Flughafen bei uns. Und der Schlimmste davon war, dass ein, da kam eine Verkettung von ganz vielen Umständen zusammen. Die Flugzeuge werden ja auf Stangen aufgespießt, hochgenommen und dann weggeflogen. Und hier gibt es eine Sensorik, die überprüft, ob das Flugzeug auf der Stange ist und da ist, es führt jetzt zu weit zu erklären, was passiert, dass das Flugzeug so an der Stange hing und dann durch das Fenster, wo es durch soll, sich vor den Augen, auch in dem Moment vor der Stange gefallen ist und die Stangen haben das durch das Fenster versucht zu drücken. Es ist in x Teile zersplittert, das Fenster ist kaputt gegangen, die Stangen sind kaputt gegangen und das war für uns das Schlimmste, was wir uns vorstellen konnten, weil wir tatsächlich sechs Stunden lang am Flughafen standen. Hätte man mir 2011, als wir den Flughafen eröffnet haben und ich fünf Jahre lang immer Angst vor dem Dauerbetrieb habe gesagt, dass ich 2020 mal sagen würde, der schlimmste Crash am Flughafen hat sechs Stunden Stillstand bedeutet, dann hätte ich das ganz schön gefeiert. So, scheiß auf Kontaktlinsen. Ich kann mich noch gut erinnern, als Gerrit hier den Flughafen gebaut hat, er hatte eine Wahnsinnsangst, dass das nach einem Jahr alles kaputt ist und ich finde das phänomenal und wir haben uns immer überlegt, können wir das Wunderland überhaupt noch öffnen, wenn unser Heiland Flughafen nicht mehr läuft und so. Ich finde das phänomenal, dass man im eigentlichen ja sozusagen Hobbymaterial, Maschinentechnik so sozusagen verbinden kann mit Hobbymaterial, dass das so lange läuft. Also ich als Nicht-Techniker habe immer noch, ich ziehe jeden Tag meinen Hut vor Gerrit und seinem Team. Das finde ich absolut wahnsinnig. Es ist unfassbar, wie man plötzlich toll kleine Schrift lesen kann. Wie viele Feuerwehrautos kommen auf die Formel 1 Strecke? Wir werden kein Feuerwehrauto wahrscheinlich auf der Formel. Wir haben eine Zufahrt vorgesehen, aber wahrscheinlich wird das der Zeit weichen müssen und die stehen dann nur an der Strecke, weil bei uns dann nicht so viel passiert, hoffentlich. Okay, also ich würde mal sagen, wir machen mal Pause zur Formel 1. Wenn ihr Lust habt, wir können auch nachher noch ein paar Fragen beantworten. Wir haben nämlich jetzt als Kirmen dieses Thema, aber es ist x-fach nebenbei gefragt worden. Also noch ein schnelles Thema. Einer war, glaube ich, etwas traurig. Wir müssen mal gucken, ob ich den Namen hier sehe. Finde ich jetzt, weil hier sind so wahnsinnig viele Fragen. Michael möchte so unheimlich, hat das letztes Mal schon mehrfach gefragt und finde das ganz doof, dass wir es nicht beantwortet haben. Was für einen 3D-Drucker haben wir hier? Ich weiß es nicht. Deswegen hat Gerrit sie nicht beantwortet. Wir haben uns so viele angeguckt und natürlich ist auch eine Budgetfrage. Ich weiß es nicht. Ich muss es dann beim nächsten Live-Event nachreichen, weil wir es tatsächlich so gemacht haben, wir konnten uns in unserem Budget dann nicht das mega, mega, mega alle Wünsche erfüllt leisten, weil wir machen es so. Die meisten Sachen können wir mit dem drucken. Wenn es richtig filigran wird, geben wir es einfach außer Haus. taz79.de Danke. Danke, danke, danke. Ist jetzt ein Insider. Wird es ein Motorradrennen geben? Ach nee, ich wollte ja das Thema mal wechseln. Es sind so viele wirklich wahnsinnig Fragen, ob es Ausweichrouten für Überholmanöver gibt, ob wir Tribünen aufbauen, weil die Gäste sich das ganze Lange das Rennen anschauen, ob es eine Siegerehrung gibt, wie viele Quadratmeter ist Monaco, wie sieht es eigentlich mit Südamerika aus? Da können wir auch noch gleich mal zu kommen. Aber zwischendurch mal eine Geschichte, weil sie immer wieder kommt, die Frage, wann wir wieder öffnen. Das ist wahnsinnig schwer. Ich habe das schon am Anfang vom Live-Event gesagt. Wir natürlich am liebsten sofort, morgen. Das ist für uns eine Katastrophe, dass wir hier stehen und wir bauen hier einen Leitstand. Normalerweise bauen wir so einen Leitstand nachts, technisch und tagsüber natürlich auch ganz viel. Wir kriegen hier von den Gästen sofort gesagt, was gut ist und was schlecht ist. Man klopft uns auf die Schulter, gibt uns Tipps, was man anders machen kann. Wir sitzen ja dann auch so in einer Blase und denken, das, was wir bauen, ist das Beste überhaupt und dann kriegt man hier von Besuchern direkt noch Tipps. Das fehlt komplett im Moment. Wir bauen ganz alleine, wenn wir überhaupt noch bauen und wenn ich darüber, da ist Harz und so, wenn ich das da schaue, da hinten ist die Kirmesbaustelle, ein Totentanz, nichts ist passiert in den letzten Wochen, dann möchten wir morgen wieder öffnen. Aber es ist ganz einfach so, wir haben echt gut gespart und wir können wahrscheinlich sogar bis Jahresende geschlossen durchhalten, wenn wir nichts bauen, wenn wir einfach hier auf Nullbetrieb fahren. Aber es ist natürlich keine Lösung. Wir wollen erstens wieder aufmachen und zweitens wollen wir unsere ganzen Bauabschnitte weiter bauen und da suchen wir nach Lösungen, auch vielleicht mit unserer Stadt oder wie auch immer wir das lösen. Heute sickern ein paar Dinge durch, die wir jetzt erstmal interpretieren müssen, was die heißen könnten, was morgen veröffentlicht wird, wann Freizeit wieder hochgefahren wird. Wir beide haben jeden Tag Diskussionen darüber, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, wie wir eigentlich zu unserer Findung, unserer Meinung kommen und wie die sich auch verändert und wie wir diese Sachlagen da draußen einschätzen, wie wir Fake News hassen, wie die Pest, wenn irgendein Vollpfosten sich hinstellt und rückwärts rechnen möchte, wann angeblich das RKI hätte veröffentlichen müssen, dass die Reproduktionsfaktor unter eins gegangen ist. Ey, da kann ich mich nur drüber aufregen, vor allem, dass dann zig Millionen Leute das auch noch teilen, so ein Schrott, aber da können wir gleich gerne nochmal drüber reden, bevor ich mich weiter in Rage rede. Das ist für uns fast unmöglich einzuschätzen, wann es hier weiter geht. Heute sickern Dinge durch, die könnten uns suggerieren, dass wir hier im Mai drüber nachdenken könnten, schon wieder aufzumachen. Aber mit wie vielen Gästen? 990 Gäste ist unsere Zulassung und die sind hier sonst drin. Und bis wir in unseren Köpfen wieder das Gefühl haben, dass wir das cool finden, mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein und wir brauchen ja auch eine bestimmte Zahl, um Geld zu haben, weiterzubauen. Das ist keine Ahnung. Ich habe da ein Volk voll nebenbei kurz mal gegoogelt. Willst du das wirklich den Namen nennen? Er ist ein Professor angeblich für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Wer dieses Video gesehen oder beobachtet hat, der meinte, das sei alles ein Fake gewesen, dass der Shutdown wäre gar nicht nötig gewesen. Man hat uns zwar beschissen. An dem Tag, an dem der Shutdown entschieden wurde, war das, was er behauptet, man zurückrechnen konnte, noch gar nicht möglich zu rechnen. Aber er ist ein Wirtschaftswissenschaftler und ihr könnt ihn ja mal googeln, zusammen mit den drei Buchstaben einer Partei, die sich eher am rechten Flügel befindet. Und dann seht ihr, für wen der normalerweise Reden hält. Und dann weiß man, was man für Fake News zu halten hat. So, auf jeden Fall Stefan Haarpunkt aus Hannover. Auf jeden Fall hoffen wir so schnell wie möglich, aber wir müssen uns auch damit sicher fühlen. Unsere 350, 360 Wunderländer müssen sich sicher fühlen. Und wir wollen, dass unsere Gäste nicht irgendwie so mit dem Shutdown wieder hier rausgehen. Und diesen Spagat zu finden, wann ist eine größtmögliche Gästezahl wieder möglich, sodass wir auch genug Geld verdienen, um das alles wieder anzufahren. Weil in der Sekunde, wo wir wieder auf den Knopf drücken und sagen, wir fahren diese Anlage wieder hoch, werden in jeder Stunde hier 30 Leute vom Wunderland gebraucht. 30 Wunderländer müssen dafür sorgen, mindestens, also an vollen Spitzen Ferienzeiten, ist eine Schicht, die hier das macht, Bistro macht und weiter, 60 Wunderländer. Und das heißt, das muss man sich ausrechnen. Wann ist es finanziell sinnvoll? Aber auch wenn es finanziell sinnvoll ist, macht es Spaß. Fühlen sich Gäste so gut, dass sie hinterher wieder rausgehen und weiter bei TripAdvisor und Co. dafür sorgen, dass wir Nummer 1 in Deutschland sind. Und das ist echt, ehrlich gesagt, ein Horror. Das ist ein Horror, weil du jeden Morgen mit einem anderen Gefühl aufwachst. Ich möchte auf jeden Fall nicht mit einem Politiker tauschen. Das muss der blanke Wahnsinn sein, egal wo die in der Welt sitzen, ob sie Diktatoren oder sonst was sind. Diese Entscheidungen zu treffen, ist der blanke Horror. Wir haben das hier im Kleinen zu tun und tun uns schon wirklich schwer. Wenn wir eine Prognose abgeben müssten, bevor wir heute durchgesickert bekommen haben, was unser Staat eventuell plant, hätten wir gedacht, dass man uns vielleicht unter bestimmten Auflagen mit einer ganz kleinen Gästezahl wegen Juni irgendwann eine Möglichkeit geben würde und wir würden das wahrscheinlich finanziell nicht als sinnvoll empfinden und dann irgendwann nach den Sommerferien hin zum Herbst, falls es nicht eine zweite Welle gibt, wo es aus unserer Sicht echt ein ganz großes Risiko für gibt, dass es eine zweite Welle gibt. Wir sehen das nicht so entspannt, wie viele, viele, viele gerade sagen, es gibt ja gar keine Toten in Deutschland, alles Fake und sonst irgendwas. Warum gibt es diese Toten nicht, weil Deutschland wahnsinnig viel richtig gemacht hat bis jetzt. Und ich nehme diese, also wir beide kann man sagen, nehmen diese Warnungen der Virologen ernst, dass wenn am Anfang dieser Geschichte an verschiedenen Punkten in Deutschland Hotspots entstanden sind, die sich ganz schnell verbreitet haben, ein Shutdown sozusagen dafür gesorgt hat, diese Hotspots, nennen wir sie jetzt mal 100 Hotspots, die sich nicht noch weiter ausbreiten konnten, die haben sich jetzt über ganz Deutschland verteilt. Aktuell glaube ich 40.000 Infektionen sind sozusagen aktiv im Moment. Wenn die jetzt gleichzeitig 40.000 statt 100 hochpoppen und sich in ihrer Gegend verbreiten, mache ich gar nicht drüber nachdenken. Das heißt, lieber ernst nehmen, als zu vage und zu locker damit umzugehen, obwohl es das Wunderland wahnsinnig betrifft. Jeder Monat kostet 400.000 Euro, den wir dicht haben. 400.000 Euro jeden Monat einfach weg. Mit den runtergefahrenen Kosten. Aber du bist jetzt so ein bisschen auf das Endthema sozusagen. Ja, stimmt. Wir haben noch den Unterricht in den ersten sechs Stunden und wer in der siebten Stunde noch bleiben möchte, freiwillig kann das Thema Corona noch mal mit uns durchgehen, weil wir da, also teilweise auch Friedrich und ich, unterschiedlicher Meinung sind. Aber wenn er das eben gerade schon erwähnt hat, die Hopkins-Zahlen, die ihr immer seht, die sind nicht vergleichbar, weltweit nicht vergleichbar. Keiner weiß, wer wie viel testet und wer wird eigentlich getestet. Aber es gibt Zahlen, die sind repräsentativer. Das nennt sich Euromomo. Und wenn ihr mal googeln wollt, euromomo.eu, dort melden die Länder ihre Verstorbenen. Da ist egal, ob die mit, unter, über, drunter oder auf Corona gestorben sind. Verkehrsunfall, sonst irgendwas. Das sind einfach Todesfälle. Da nehme ich alle Länder Europas teil und die Zahlen, und das ist das ganz Wichtige, wer das jetzt googelt und dann diese Grafiken dort sieht, der gelbe Bereich, ich kann mal eine in die Kamera zeigen, vielleicht sieht man es auch ein bisschen, der gelbe Bereich heißt, da kommen noch Nachmeldungen. Und wenn man das hier sieht, das hier ist die Grippewelle 2017, die ja so schlimm war. Die war auch wirklich schlimm. Und das hier am Ende, das sind wir jetzt. Und der gelbe Bereich, wie gesagt, das sind noch Nachmeldungen, die kommen. Das heißt, wenn irgendjemand euch weismachen möchte, Corona ist nur ein Schnupfen, dann kann der gerne Johnson oder Trump heißen, aber von anderen solltet ihr das wirklich nur noch, also wirklich nicht mehr ernst nehmen. Bei Trump und Johnson sollte man überlegen, egal, das führt jetzt zu weit. Aber, das ist nur mal als Beispiel, man kann, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, wie wir beide, weil wir wissen, wann das Wunderland wieder aufmacht, wir gucken halt ganz neutral in die Mitte. Wir hören uns alles an, aber wir bewerten das. Und ja. Also ich gucke hier gerade weiter Fragen. Ich beobachte auch mal die Zuschauerzahl, die konstant so mit YouTube, Facebook zusammen immer über 7000 liegt, was ich unfassbar finde. Das ist in Hamburg die Eisterdorfer Sporthalle. Ich war da für viele Konzerten. Jetzt kriege ich Angst. Ich hätte jetzt immer, ich hätte immer das Gefühl gehabt, wenn wir beide anfangen, über Corona zu schwadrieren, weil wir da wirklich echt, da können wir uns in Rage reden, dass ihr alle abschaltet. Nee, ist gar nicht so. Also es bleibt konstant. Trotzdem würde ich sagen, das stellen wir noch mal ans Ende. Wir gehen mal rüber zur Kirmes. Also Kirmes ist tatsächlich ein Drama. Heute ist, was ist denn heute? Heute ist der 29. April. Am 23. April, also letzte Woche Dienstag war das, glaube ich, wollten wir unsere Kirmes eröffnen. Das war geplant. Wir hatten schon alles geschrieben, Presseeinladungen geschrieben, wir hatten die ersten Filmchen schon vorbereitet und so. Wir haben uns wahnsinnig drauf gefreut, weil unsere Kirmes war immer toll. Sie war genial. Gerrit hat, glaube ich, auch die Möglichkeit, mal was einzuspielen. Hast du den alten Film noch? Ja, ich habe, das ist aber ein dreieinhalb Minuten Film. Wirst du das erzählen? Ja, mach den mal rein, weil da siehst du, glaube ich, auch, wie wir ihn raushauen. Die Kirmes, wir haben noch nie etwas auf der Anlage so vernichtet, so zerstört und rausgerissen, dass es quietschte und knarrte und echt wehtat. Wenn du den Film kommentieren möchtest, da ist er. Also, da ist ein Film. Nein, also es ist tatsächlich so, dass, es tut natürlich im Herzen weh. Diese Kirmes war großartig, aber sie war alt inzwischen und es ging einfach mehr und unsere Techniker haben immer Lust gehabt und haben uns, ich nehme mal dieses Skateboard wieder als Beispiel, diese Skateboardbahn, haben uns so viele technische Spielereien gezeigt, immer wieder, was möglich wäre. Also haben wir schon eigentlich lange den Traum gehabt, die alte Kirmes muss raus, ganz wenig davon nehmen wir auf die neue Kirmes und, ja, hier wird sie zum Beispiel rausgerissen. Das tut ja eigentlich in der Seele weh, aber wir wussten zu dem Zeitpunkt ja schon, was wir Neues haben, denn eigentlich sind alle Sachen fertig, es sind alle Fahrgeschäfte fertig, es sind alle Buden fertig, sie sind beleuchtet, die Technik funktioniert bei fast allen Sachen, die Achterbahn ist noch nicht fertig, die wird später dazu kommen. Jetzt haben wir, wenn wir vielleicht wieder starten können, wenn wir merken, dass es finanziell den Spielraum gibt, dass wir wieder starten können, könnten wir auch nochmal die Achterbahn angehen und sie jetzt vielleicht zur verschobenen Eröffnung der Kirmes fertig kriegen, aber das tat schon echt weh, sie so rauszureißen, aber die neue Kirmes, die wird einfach gigantisch. Das ist der blanke Wahnsinn, was wir da an Fahrgeschäften bauen, also viele, viele Kirmes-Fans kennen das ja, dass es verschiedene Hersteller wie Faller gibt, die schon echt tolle Fahrgeschäfte anbieten, aber ihr seht das da jetzt hier in den Bildern, es ist einfach eine Herausforderung, die selbst zu bauen und selbst auch vielleicht zu erfinden, Gerrits Traum war immer, mal G-Kräfte sozusagen außer Acht zu lassen und etwas zu bauen, wo nicht der Mensch sozusagen erstmal getestet werden muss, ob er das überhaupt verkraften würde, wenn er sich da reinsetzt. Wir haben hier halt keinen TÜV, wir haben keine CE-Norm. Jetzt muss ich ganz kurz dich unterbringen, da musst du einfach sagen, Wildwasserbahn, das ist das Schweinethema schlechthin im Wunderland. Das ist nicht deine. Das ist ein Schweinethema, wirklich. Meine Herzensangelegenheit war, zur Eröffnung des Wunderlandes eine Kirmes zu haben. Das war damals, 2001. Ich habe mich hingesetzt und habe mit meinen zwei linken Händen eine Wildwasserbahn gebaut und die war geil. Die funktioniert, Fäkalsprache, Entschuldigung, liebe Kinder, falls ihr noch da wart, die war toll. Die hat funktioniert, die war großartig. Wasser runter, es war die Fallerbahn, es war phänomenal. Ich habe sie abgegeben, im Modell überhaupt gesagt, die kann mit rein. Ich habe aber nicht mehr geguckt und dreimal dürft ihr raten, was zur Eröffnung nicht dabei war. Keine Wildwasserbahn. Ich weiß bis heute nicht, wo sie geblieben ist. Sie sind zu mir gekommen, haben sie mir gezeigt und machen wir weiter. Sie war weg. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt diese Wildwasserbahn da gerade im Film gesehen habe, die wird traumhaft. Die ist auch komplett Eigenbau, weil es ist einfach ein Problem, wenn etwas 12 bis 20 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr laufen muss, dann muss das halt auch immer laufen, weil jeder Gast möchte das sehen und diese Fahrgeschäfte, man sieht das schon, wie lange dran getüftelt wird, Freefoy, den gibt es von Faller, der muss aber für diesen Dauerbetrieb optimiert werden. Aber ihr seht schon, ganz viele dieser Fahrgeschäfte, die gibt es gar nicht. Und da sind so tolle Sachen auch erfunden worden. Also Magneto, Stefan Dombrowski hat ein so tolles Ding erfunden. Das seht ihr gleich am Ende. Das finde ich auch noch optischen Knaller. Das ist echt sensationell. Und halt eine Kirmes oder Dom oder Volksfest oder Oktoberfest besteht ja auch aus ganz vielen Hintergrundkulissen, also der ganze Leben, das ist allerdings die Faller, was dahinter stattfindet. Also im Hamburger Dom haben wir einen kleinen Domwagen, also einen kleinen Zirkuswagen, sozusagen, der hinter den Kulissen steht, was tagsüber jetzt schulet ist. Hier sieht man das Maschinarium. Das ist, ich finde das sensationell, also sowas zu bauen, sowas zu erfinden und dann dafür zu sorgen, dass es hoffentlich auch im Dauerbetrieb funktioniert. Also, das ist so traurig, dass es in dem Sinne, der Lockdown einen Monat zu früh kam und Kirmes nicht fertig war, weil wir schon echt stolz drauf sind. Ich glaube, das wird schon, gerade Kirmes-Fans, gibt es in Massen weltweit, ich glaube, diese Message, diese Kirmes wird um die Welt gehen. Diese Bilder davon, diese Videos, das wird bei Kirmes-Fans um die Welt gehen. Aber ich kann ja mal zeigen, wie weit wir sind. Ja, guck es doch mal aus. Und halt sie richtig rum. Ja, diesmal halte ich sie. Also, so bin ich. Also, diese Baustelle hier, hoffentlich reicht der Ton. Aber hier sieht man, so sind wir am 17.3. stehen geblieben und warten jetzt darauf, dass irgendein Signal kommt, dass wir weitermachen können. Und dann geht es aber natürlich sofort los. So, ich gehe zurück zu unserem Leitstand. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob der Ton gerade funktioniert hat, dass Gerrit losgegangen ist, weil dann können wir das im Zweifel nochmal machen. Wir sind nach dem letzten Live-Event etwas nervös im Haus rumzugehen, weil unser WLAN hier nicht so gut ist. Könnt ihr mal einfach schreiben, ob der Ton gut rüberkam, obwohl Gerrit da hingegangen ist. Und dann wissen wir das aber nämlich im Zweifel, als ich nochmal losschicken kann oder ob er auch mal aufs Klo geht. Der Stream ist immer noch auf der GoPro. Also, das ist nicht wie beim Ton, bei Bildern auch eine Rückkopplung. Ich habe hier keine einzige Frage zur Kirmes. Also, man muss dazu sagen, ich habe hier auf diesem Tablet nicht eins zu eins die beiden Live-Streams auf YouTube und Facebook. Basti sitzt da hinten und versucht wild, wild das immer rauszuschreiben, was auf beiden Live-Streams sozusagen an Fragen kommt. Entweder war, ich kriege, mit der GoPro rumgehen oder ist der Ton zu schlecht. Das würde ich nochmal mich freuen. Und habt ihr Fragen zur Kirmes? Denn entweder schläft Basti gerade da hinten oder es sind keine Fragen zur Kirmes bis jetzt da. Also, vielleicht nochmal ganz kurz, es wird auch wieder Druckknöpfe geben. Das heißt, man kann viele der Fahrgeschäfte später auch wieder in Gang setzen. Das ist gerade für die Großen und Kleinen, also ich bin auch noch ein Kind, aber für die Großen und Kleinen Kinder so wahnsinnig wichtig, dass man im Wunderland nicht nur gucken kann, sondern man mit den Knopfdrückern auch Knopfdrücke in Gang setzen kann. Übrigens möchte ich immer noch ein bisschen Schokolade haben. Wir haben Lindt Schokoladenfabrik ist seit einem Monat still und unser Team wird dick. Alle, die hier vorbeikommen, holen sich immer ein Stück Schokolade, weil die Besucher ja im Moment keine Schokolade verbrauchen. Weißt du, ich habe hier noch so ein schönes Video vorbereitet über die Brücke, Freddy. Brücke? Ja, ich will mal ganz kurz gucken, ob noch was zur Kirmes gekommen ist. Also Ton, kriege ich gerade die Info, war wohl okay. Okay ist definierbar. Es ist denbar, oder? Okay, Ton war gut und am Anfang doppelt und dann später sehr gut habe ich gehört. Gerrit, du könntest also theoretisch, wenn wir was haben, noch mal loslaufen. Alles klar. Freddy, erzähl doch mal was über die... Sag mal... Wie viele LEDs, jetzt kommt eine Frage, wie viele LEDs wurden im Schnitt pro Fahrgeschäft verbaut? Das ist doch eine Frage an Gerrit. Das kann ich nicht aus dem Kopf verantworten. Ich kann nur sagen, zum Beispiel Nina habe ich mal über den Kopf geschaut über mehrere Tage, die hat von einem Fahrgeschäft diesen Schriftzug, der da oben drauf ist, würde ich jetzt einfach mal schätzen, das waren vielleicht drei bis vier hundert ganz kleine 0.1, 0.2er-LDs für die Leute, die sich auskennen, mit der Hand gelötet, zusammen verbunden und dann an eine Steuerplatine gebracht. Da hat sie über eine Woche dran gesessen. Und das ist bei jedem Fahrgeschäft so. Also die meisten unserer Elektroniker, wir haben ja gesagt, jeder muss alles machen. Also da waren eigentlich... 100.000? Wir haben sie nicht gezählt. Ich würde tippen 100.000. Baut ihr wieder die wilde Maus? Ja, die bauen wir wieder. Baut ihr wohl etwa einen Steampunk-Balloon? Heißt der Ballon, den wir da gebaut haben, Steampunk-Balloon? Weiß einer von euch das? Das ist schon so das Genre-OK. Das ist das Genre-OK. Ja, dann bauen wir das wahrscheinlich. Also wenn ihr ihn da gerade gesehen habt, das ist unheimlich... Das ist natürlich klar. Wir haben ein riesengroßes Team an dieser Kirmes bauen, ich sag mal, ungefähr 50 Köpfe mit und jeder hat so sein Fable und verbindet was anderes mit einer guten Kirmes und da haben die auch wirklich freie Hand. So gerade bei der Ideenfindung ist es ganz wichtig. Jeder bringt sich ein, dann entstehen riesengroße Listen, was könnten wir alles bauen und dann gucken wir, was macht Sinn. Wo ist entweder eine Nische, dass es das noch nie gab und dass es unbedingt mit auf die Anlage ist. Was sind die Must-Dos und diese Mischung kommt dann auf eine Kirmes, die in dieser Form, also wie gesagt, sie wird da sein und die wird gigantisch. Das ist eigentlich ja kein neuer Bauabschnitt. Das sind, ich glaube, sieben Quadratmeter, acht Quadratmeter ungefähr. Aber diese sieben oder acht Quadratmeter sind auch teuer. Also Geld spielt ja immer keine Rolle. Es hört sich doof an, aber Geld spielt da bei uns keine Rolle. Wir sagen uns, wir bauen eine Kirmes und wir haben 70, 80 tolle Techniker und Modellbauer und die bauen dann eine Kirmes. Die sind ja sowieso bei uns angestellt. Natürlich kriegen sie Geld dafür und es kostet auch Geld, aber wir sagen, komm, wir haben diese Leute und jetzt bauen wir das und das und dann leisten wir uns halt einfach mal ein halbes Jahr oder jetzt ist es ein Jahr geworden, eine Kirmes zu bauen. Und wenn man das dann am Ende ausrechnet, dann ist man eigentlich geisteskrank, dass man ungefähr 100.000 Euro pro Quadratmeter an Lohnkosten für eine Kirmes hat. Aber das wird sich lohnen. Die ist gigantisch und ich als Spielkind kann es gar nicht erwarten, den ersten Knopf zu drücken. Da du mehr redest als ich und ich immer hier so gucke und so weiter. Hier ist ja ein Bildschirm hinter uns. Habe ich gerade für mich festgestellt, ich muss unbedingt an den Corona-Regeln, was das ins Gesicht fassen angeht, arbeiten. Und zum Friseur. schon fünfmal erwischt, wie ich irgendwo... Ich habe da einen Tipp für dich. Also, hier kommen tatsächlich jetzt immer noch immer mehr Fragen rein. Was hat die Kirmes gekostet? Fragt Stefan, das haben wir schon beantwortet. Wo haben wir die Ideen geholt? Da ist zum Beispiel gerne zwei Mal... Ich bin in den Europapark gefahren und habe das Tollste überhaupt gehabt. Mit dem Europapark zusammen sind wir zwei Tage lang da durchgegangen. Der Europapark, muss man dazu sagen, das Schöne ist, die sind ähnlich wie wir. Die sind das Miniatur Wunderland in groß oder wir sind der Europapark in klein. Die funktionieren, es ist ein Familienbetrieb, die funktionieren ähnlich wie wir, die sind verrückt, die machen einfach, also nicht lange schnacken, machen auch die bei Achterbahn jetzt nicht unbedingt, aber in der ersten Entwurfsphase sind die auch so ein bisschen Try and Error-mäßig unterwegs. Mal gucken, was gut funktioniert. Und da bin ich zwei Tage, habe ich zwei tolle Tage verbracht und habe mich sensationell inspirieren lassen. Da habe ich auch mit einem Techniker gesprochen, der Achterbahn designt und am Computer entwerfen kann, den ich natürlich auch sehr damit angefixt habe. Leid! Stell dir vor, es gibt keinen TÜV und du sollst eine Achterbahn konstruieren, wo jeder davor steht und sich die Spreu vom Weizen trennt, die eine Hälfte sagt, oh, da will ich auch mitfahren, ich weiß aber nicht, ob ich mich traue und die andere kriegt schon das Kotzen beim Zugucken. Stopp, noch nicht die Antwort geben, noch nicht, ich weiß nämlich gar nicht, ich stelle dir gleich mal eine Frage. Ich, Anekdote, ich habe mich mit Felix Magath nicht mal unterhalten und habe ihm dann irgendwie aus dem Nichts die Frage gestellt, wie würde Fußball aussehen, wenn es keine Absatzregel gäbe? 2, 3, 4 Sekunden Stille und seine Antwort war, so ein Quatsch. Wie war seine Antwort? Wie lange hat er gebraucht? Der hat sofort sich zu seinem Rechner umgedreht und hat gefragt, also da hat er von sich aus gesagt, dann würde ich meinen Traum eigentlich erfüllen wollen und frei fliegen. Und dann hat er dann ein Stück von seiner Bahn rausgenommen und ist dann durch den Looping durch und dann ist, es ist die eine Achterbahn im Europapark, die hat er da auf dem Bildschirm geholt und dann fährt die Bahn durch den Looping durch und da ist er mit einer Schraube mit dem Zug durch den Looping durchgeflogen und dann wieder eingefädelt in die Schiene. Da habe ich auch gesagt, ey, wenn wir das hier technisch mit Luftdruck, Magnetfädern oder wie auch immer, wir sind da noch dran, das werden wir auch nicht bis zur Öffnung hinkriegen. Dann kannst du ja mal im Europapark zeigen, wie es geht. Ja. Also hier sind so wahnsinnig viele Fragen. Also deswegen mache ich das jetzt Steno-mäßig, also Staccato-mäßig. Wie viele Figuren werden auf der Chemie verarbeitet? Wir tippen im Moment so 15.000 bis 20.000 Figuren. Wie viele Fahrgeschäfte sind es? Also fahrende Fahrgeschäfte tippen wir so 20.000. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht nachgezählt. Dann gibt es eine Webcam in der Achterbahn, haben wir tatsächlich überlegt und haben wir auch den Traum davon, nur muss die Achterbahn erst mal fertig werden. Wir haben jetzt erst mal die alte Faller wieder rausgeholt und haben die vergrößert. Aus drei Achterbahnen haben wir eine gemacht, damit sie richtig cool aussieht. Träumen aber ehrlich gesagt noch davon, dass wir eine komplett eigene Technik hinkriegen und da soll tatsächlich eine Webcam rein. Gibt es auf der Kirmes etwas zu essen? Für unsere Mivolana bestimmt. Wir haben auch überlegt, ob wir wieder mit Duft was da machen. Hat Gerrit schon vorhin erzählt, Duft ist immer so ein Problem, weil manche sich davon belästigt fühlen. Wenn ich zu schnell werde, müsst ihr Bescheid sagen. Kann ich als Besucher den Autoscooter steuern? Man kann was steuern, man kann sehr witzige... Wolltest du was sagen dazu? Den Autoscooter überlegen wir, weil den Autoscooter werden wir mit der Technik aus der Formel 1 machen. Da werden sich wirklich frei die ganzen Wagen bewegen und dann haben wir überlegt, ob wir nicht einen über einen Joystick steuerbar machen. Aber das ist auch noch nicht sicher. Okay, wie geht das mit dem Flohzirkus? Da hat jemand gut aufgepasst im Hintergrund. Da war nämlich ein Mini-Flohkirch-Zirkus zu sehen. Also das ist echt eine wahnsinnig tolle Technik, die ich nicht erklären kann. Also das ist... Über Magnetfelder funktioniert das. Also da sind kleine... Da sind unter... Da sind kleine Motoren, die Magneten bewegen, also ganz sozusagen fast willkürlich plus und minus zueinander mehrere Magneten und daraus entstehen wirre Magnetfelder. Und der kleine Mini-Floh ist tatsächlich ein ganz kleiner Magnet, der da drin sozusagen hin und her fliegt und da drüber ist die Lupe. Ist die einfache Erklärung, der Weg dahin ist übersteinig und man muss das im Original gesehen haben. Es ist wirklich phänomenal gut. Okay, baut ihr alle selber oder kauft ihr auch manche Fahrgeschäfte? Wir bauen fast alle selber, aber wie ihr schon im Film gesehen habt, ein paar. Es gibt einfach so tolle Fahrgeschäfte, vor allem von Faller, dass wir davon auch welche genommen haben und dann aber teilweise umgebaut haben oder so mit der Technik verändert haben, dass sie diesen Dauerbetrieb auch standhält. Wie funktioniert das Maschinarium? Letztendlich ist es ganz viel Zahnradtechnik, oder? Es sind eigentlich nur Zahnräder, die sehr schlau aneinander geordnet sind. Ich habe eine technisch richtige Antwort gegeben. Dazu gibt es noch eine Steuerplatine, selbstverständlich. Die hat auch eine gewisse Intelligenz und die wird über Inputs ausgelöst, wo irgendwas ist und fährt dann einen Ablauf ab, wie zum Beispiel, dass der Rauch oben rauskommt, der vorher produziert wird. Also es ist eine Mischung aus größtenteils Mechanik mit ein klein bisschen Mikrocontroller-Steuerung. Okay, wie viele versteckte, lustige Aktionen sind ab der Chemis? Also ich habe vergessen, immer den Namen dazu zu sagen. Philipp fragt das. Wahnsinnig viele. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe also, die sind ja nicht geplant. Also wir sagen jetzt nicht, oh, diese Figur, die muss das und das Lustiges machen. Wir haben natürlich eine Ideenliste und so, aber ganz viel dieser Figurenwitze entstehen einfach beim Bauen, wenn ganz viele verrückte Köpfe zusammen sowas bauen. Teilweise kann ich da täglich wieder hingehen und sehe irgendwas Neues und lache mich schief. Ich frage mich manchmal, was unsere Modellbauerinnen und Modellbauer abends so trinken. Wie sind die Lottozahlen, steht da? Wie sind die Lottozahlen? 16, 32, 48, 49, 50 und 15. Lässt sich Karsystem-Technik an der Achterbahn umsetzen? Jein. Jein deswegen, weil ja, haben wir gehofft und gedacht, vor allen Dingen auch die Formel-1-Technik, also Karsystem nicht, der Magnet ist zu schwer, verliert die Kraft und die Formel-1-Technik haben wir den Strom erhöht und es getestet, aber es ist, wir haben es nicht zuverlässig hingekriegt, aber es ist eine Lösung, die wir in der Zukunft versuchen werden, also sprich mit gesteuerten Magnetfeldern den Zug darüber zu bewegen. Hier möchte jemand wissen, wo die Kirmes gerade ist, die liegt im Modellbau und ob die einstaubt, sie ist abgedeckt, oder? Ich weiß gar nicht. Sie ist halb abgedeckt. Macht es Sinn, mal zu versuchen, da hinzukommen? Ich kann ja mal, während du weitererzählst, gehe ich einfach da mal hin, mal gucken, ob das geht. Thomas in der Regie, jetzt wird es so richtig, jetzt wird es Wetten, dass. Also ich moderiere jetzt hier weiter und erzähle was vom Pferd. Gerrit nimmt sich die GoPro und läuft runter und falls es abbricht, müsstet ihr mir ein Gefühl geben, dass ich dann hier wieder weitermache. Also bis ich nicht mehr Gerrit höre, ja, wie soll ich denn Gerrit eigentlich hören, wenn er jetzt weg ist? Also ihr könnt mir ja mal ein Zeichen geben, wenn ich aufhöre zu reden. Ich erzähle mir nämlich mal weiter. Wie viel Knopfdrücker wird es geben? Es wird sieben oder acht geben. Wir haben es noch nicht richtig entschieden. Gerrit versucht, glaube ich, gerade zu reden und kriegt keinen Ton von mir. Gibt es eine Geisterbahn? Ja, es gibt eine Geisterbahn, Bianca, fragt er. Es gibt es natürlich. Bekommt die Kirmes auch einen Bahnhof? Ja, es ist ein Bahnhof dahinter, damit die kleinen Mivolana auch wirklich dahin kommen. Gibt es auch einen kleinen Bahnhof dahinter? Gerrit, falls du mich hören kannst, hier fragt Benji, ob wir auch mal die Server zeigen können. Falls du das mitgekriegt hast, Server zeigen. Also jetzt sieht man auf jeden Fall, die Kirmes da unten ist abgedeckt. Da sieht man die Fahrgeschäfte, da sieht man das alte Riesenrad, das haben wir noch wieder genommen. Man sieht die Fahrgeschäfte. Gerrit versucht das jetzt. Mach es vorsichtig, Gerrit. Wehe, du machst jetzt was kaputt. Ich meine, da ist kein Modellbauer, der dir gerade auf die Finger hauen kann. Aber es sind alle Fahrgeschäfte gut eingepackt. Eigentlich standen sie schon auf der Platte und waren kurz davor festgemacht zu werden. Das ist eigentlich ganz traurig, dass wir sie dann wieder runternehmen mussten, einpacken mussten, weil wir uns wirklich von einem auf anderen Tag entschieden haben, jeden Cent sparen. Zu dem Zeitpunkt hat noch jeder Tag ungefähr 20.000 Euro an Kosten gehabt. Jetzt sind wir zum Glück ja runter so auf 14.000, 15.000 Euro Kosten pro Tag. Also fast Lufthansa-Niveau. Und ja, aber das gibt uns schon eine Möglichkeit, lange zu überleben. Gerrit, ich glaube, das hat funktioniert. Ihr Lieben, könnt ihr mal wieder in die Kommentare schreiben, ob das auch mit dem Ton geklappt hat, dass ich das von hier moderiert habe? Denn ich habe hier hinter der Kamera habe ich einen Bildschirm, wo ich eigentlich das Master-Signal mit einer erheblichen Verzögerung sehe. Denn ihr müsst euch vorstellen, was wir hier sprechen, ist nicht in der Sekunde über euch, sondern geht erst mal dreimal um die Welt. Dann guckt sich das Trump einmal an, ob das auch in Ordnung ist oder Fake News ist. Und erst dann kommt es bei euch an. Und das heißt, ich habe hier gesehen, dass das Bild eigentlich ganz gut war. Könnt ihr mal schreiben, ob es auch wirklich gut war und ob ihr mich auch gehört habt und ob ihr die Kommata in meinem Satz gefunden habt. Das Display ging aus hinten, deswegen dachte ich schon, dass der... Ich kriege gerade von unten so ein Zeichen, das kenne ich von Facebook. Ich glaube, das heißt super. Könnt ihr auch noch mal drücken. Ja genau, das könnt ihr sowieso ganz, ganz viel drücken. Ich habe das am Anfang schon erklärt, das liebt der Facebook-Algorithmus. Der liebt das. Dann denkt der wirklich, dass wir hier was zu sagen haben. Und wenn ihr alle gleichzeitig drückt, guckt vielleicht sogar Trump zu. Und Vettel und Heidfeld und wer auch immer. Hamilton, wen hättest du denn gerne ungern hier? Wen hättest du denn gerne ungern hier? Was für ein Deutsch. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Okay, ich würde jetzt aber ehrlich mal sagen, es sind so viele Fragen zur Kirmes. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal die Kirmes. Gibt es irgendeinen entfernten Traum, den wir irgendwann mal bauen wollen? Das ist ein perfekter Übergang zur Brücke. Denn die Brücke ist eigentlich seit 15, 16 Jahren unser Traum. Zu der kommen wir gleich. Ja, wir träumen eigentlich, also wir träumen eigentlich immer davon, dass der nächste Bauabschnitt so schön wird, wie man sich das vorstellt. Ist jetzt ein klischeebehafteter Satz, ist aber wirklich so. Wir träumen von Afrika, wir träumen von Asien, transsibirische Eisenbahn. Es gibt so tollste Themen, die kannst du gar nicht alle in einem Leben bauen, auch mit 350 Seelen nicht. Aber es gibt tatsächlich so einen Geheimtraum von ganz vielen aus dem Team, eine ferne Galaxie zu bauen. Irgendein Planet, irgendetwas, nicht unbedingt angelehnt an bestimmte Blockbuster oder sonst irgendetwas, sondern einfach eine ferne Galaxie, einfach Fantasie, da fahren die Züge oder sie fahren auch nicht oder sie fliegen oder sie fahren rückwärts. Nicht sich daran halten zu müssen, was ist irgendwo realistisch und was ist nicht realistisch. Der Fantasie grenzenlos Spielraum zu lassen, das stellen wir uns alle unglaublich verrückt vor. Aber irgendwie gibt diese verrückte, derzeit aus den Fugen geratene Welt ja auch sehr viele Dinge zum Darstellen. Nur da gibt es immer so viele Menschen, die uns kontrollieren können, ob wir das auch richtig machen. Brücke, ja, also... Soll ich dir mal ein Filmchen stellen? Ja, mach mal ein Filmchen. Gerrit hat ganz viele Filmchen mit Jesko und Franz zusammen vorbereitet. Franz, kannst du euch die Kamera noch halten? Ich sehe gerade, wir haben schon 90 Minuten hinter uns. Ein Fußballspiel, Fußballspiel, ja, Brot und Spiele, sage ich dazu nur. Ja, das ist ein Fleht, das Fleht, das ist nicht der oder die Fleht, es ist das Fleht, so heißt das hier in Hamburg. Und der ist... Geh mal da hin. Der Kran ist dafür da, der Kran ist dafür da, die Gründung unten zu machen. Denn die Speicherstadt steht auf Eichenfehlen und diese Eichenfehle sind teilweise an der Stelle im Krieg beschädigt worden. Und bevor wir hier mit so einem Gewicht eine Brücke einbauen konnten, musste unten unterirdisch im Wasser in Fleht erstmal der Schaden aus der Kriegszeit behoben werden. Und das hat dieser Kran da gemacht. Dann wurde jetzt in den letzten drei, vier Wochen hier in diesem Speicher und drüben ganz dicke, fette Eisenfehler eingebaut, damit die Statik auch so funktioniert. Man muss sich vorstellen, wenn jetzt in diesem Fleht ein paar Kassen lang fahren und da steht irgendein Pfeiler irgendwie am Haus, irgendwie das würde schlimm aussehen. Wir sind Weltkulturerbe und wir wollen das hier auch nicht hässlich machen. Und da fährt jetzt ein paar Kassen drüber, das wäre total verrückt. Und hier von rechts, da sieht man oben schon, von rechts nach links rüber, das ist links alles eingezahnt, weil es schon für uns gebaut wird, kommt unsere Brücke und ganz viel Glas. Das wird irre. Es wird absolut irre und sie kommt im Juni, wenn alles gut geht, wird die Brücke schon eingebaut. Dann kann man noch nicht drüber gehen, vielleicht als Bauarbeiter oder so. Aber für die Besucher, je nachdem, ob wir uns das im Moment leisten können oder nicht, irgendwann weiterzubauen. Die Frage wurde auch gestellt, ob der Denkmalschutz zugestimmt hat. Es gibt schon immer Glasbrücken oder auch Stahlbrücken in der Speicherstadt. Das war zehn Jahre lang Unterhaltung, aber der Denkmalschutz hatte am wenigsten Bedenken. Also es war auch eine super Zusammenarbeit und wir haben natürlich auch immer gesagt, es soll irgendwo auch machbar sein. Und ja, das ist tatsächlich alles in den Sternen. Die Brücke wird jetzt eingebaut, aber wir müssen die Räume da rüben auf unsere Kosten ausbauen und das können wir erst wieder, wenn hier große Besucherzahlen kommen. Und das steht so ein bisschen in den Sternen, das steht alles auf Stopp im Moment, aber die Brücke wird eingehängt und das wird ein Spektakel mit einem riesengroßen Kran und wir können ja noch mal schauen, ob Besucher hier überhaupt zuschauen können. Im Moment mit diesen Kontaktregeln ist das absolut nicht möglich. Es wird auch wahrscheinlich weiträumig abgesperrt. Deswegen überlegen wir, wenn wir ein Facebook-Live-Events zu machen und wissen auch noch nicht genau, wann das so ist. Und das ist auf jeden Fall, wird spektakulär. Vom Parkplatz rüber über das Dach wird diese Brücke eingehängt. Und in dieser Brücke, und das war auch so, wir haben ja sehr offen mit dem Denkmalschutz, mit der Weltkultur, aber mit der UNESCO gesprochen, wir haben uns dazu gemeinsam entschlossen, dass es nicht sozusagen wie bei uns Anlagenkante 80 Zentimeter so eine riesengroße Anlage da in der Brücke ist, sondern dass die von außen, von links und rechts, wenn jemand das Fleht entlang guckt, wie eine Brücke nur aussieht. Die ist ja auch viel Glas, das heißt durchgucken kann. Deswegen kommt die Anlage in den Boden. Und da hatten wir eine Idee. Ursprünglich wollten wir drüben England bauen, warum Südamerika, können wir auch gleich nochmal ganz schnell machen. Und wie da der Stand der Dinge, ist ja auch sehr kompliziert aktuell. Wir haben es in den Boden gemacht. Und da kam uns die Idee, jetzt gucken wir ja beim Überqueren dieser Brücke auf der einen Seite cool runter in das Fleht, das wird ein gigantischer Blick für alle, die schwindelfrei sind. Jetzt gucken wir nach unten. Und dann kam uns die Idee, wir alle kennen diese schönen Bilder, die Welt von oben. Im Internet, BBC, Dokumentationen, was es alles so gibt. Das sind so tolle, die Natur hat so wahnsinnig schöne Bilder von oben. Und unsere Wunderländer, unsere kleinen Wunderländer begeben sich sozusagen auf dieser Seite, gehen sie in einem Bergwerk, in einen unterirdischen Tunnel, ganz futuristisch, steigen sie in einen Zug. Und der Zug fährt sie einmal über die Brücke rüber, auf die andere Seite. Und sie machen sozusagen eine Weltreise, die wir von oben beobachten können. Und zwar 25 tolle Szenen von oben machen wir dann modellbauerisch in diese unter, also in der Brücke eingelegene Landschaft. Das wird also großartig sein. Von außen kann man nichts sehen, aber wir als Besucher gehen die Anlagenkanten lang und sehen die Welt von oben. Und drüben angekommen sind wir dann in Südamerika, wo im Moment Ausgangssperre herrscht. Jetzt habe ich hier eine Frage, das hat Philipp gestellt. Jetzt mal eine traurige Frage. Was passiert mit dem Wunderland, wenn ihr beiden nicht mehr könnt? Gibt es da Nachfolger, die mindestens genauso verrückt sind wie wir? Also erstens haben wir 350 Mitarbeiter hier. Wenn wir nicht mehr wollen oder nicht mehr können oder wie auch immer, würde mindestens sicherlich einer von denen das übernehmen. Oder die im Team wahrscheinlich würde es noch besser machen. Dazu habe ich drei Kinder. Stefan, der sich immer so ein bisschen im Hintergrund hält, hat drei Kinder. Das erzählst du selbst? Er dachte immer, es ist ein Unentschieden ausgegangen. Der junge Mann hier hat nämlich deutlich geführt. 3 zu 0, glaube ich. 3 zu 0, glaube ich. Ich überlege gerade, ich rechne gerade. 3 zu 0 und dann habe ich richtig schön nachgelegt und dann dachte er, okay, er kann sich auf ein 3 zu 3 einstellen. Nee, ich kriege noch ein viertes Kind, einen Sohn und dementsprechend sind insgesamt 10 und wir haben auch noch einen Bruder, 11. Basti hat er auch schon. Basti ist traumhaft. Einer ist sicher. Wie viele sind schon wieder geplant? Noch einer. Noch einer. Also es gibt reichlich Verrückte. Und wenn ich mir meine Kinder so anschaue, die haben einige Gene mitgekriegt. Papi, also unser Papi, Jochen, guckt ja hoffentlich jetzt nicht zu, wenn ich das sage. Der ist eher, der ist auch ein bisschen, der ist kreativ, aber er ist nicht verrückt. Er ist ganz entspannt und normal und daraus sind diese beiden Verrückten entstanden. Und wenn man das jetzt dann sozusagen weiterentwickelt, was unsere Kinder, vor allen Dingen, wenn wir die dann irgendwann mal, momentan sind wir dann auch vorsichtig, miteinander spielen lassen würden, was da in Verrücktheit entsteht. Also ich mache mir da keine Sorgen. Außerdem werden die uns, wenn ich 80 oder so bin, hier raustreten müssen und sagen, oh, da kommt wieder der senile Tatterkreis an. Der mir irgendwas erklärt, von wegen das K-System funktionierte früher besser. Ich schätze mal so, dass wir es hier früh sind mit 80. Also danke für diese schöne Frage, denn sie gibt uns ja ein Gefühl. Ein Gefühl, dass wir das nicht ganz so schlecht machen. Das stimmt. Also wir machen noch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr noch weitermacht. Denn hier sind ganz viele Fragen noch schnell zur Brücke gekommen. Und zwar, bevor wir noch mal zu Südamerika kommen, was wird die Brücke gesamt kosten? Kann man wahnsinnig schwer sagen. Kann man auch erst hinterher sagen, wahnsinnig teuer. Und da wir die bezahlen, wahnsinnig teuer und im Moment echt ein Problem. Jetzt nehme ich eine, eine coole Frage. Und zwar, wie macht ihr das mit der Dehnungsfuge in der Brücke? Es sind zwei unabhängige Gebäude, die auch noch auf 30.000 Eichenfälen stehen, die Speicherstatt im Morast stehen. Das heißt, da muss ja ein gewisser Spielraum und Wärmeausdehnungskoeffizienten und so weiter und so fort sein. Das heißt, die Brücke muss arbeiten können. Und da haben wir länger überlegt, erstens werden die Gebäude natürlich galvanisch getrennt. Das nennt sich halt keine Kupferleitung geht von dem einen Gebäude ins andere. Das heißt, das macht über Lichtwellen, also Lichtleiter, dass wir hier nicht das technisch verbinden. Aber wir nehmen einfach ein Flexgleis, das kennt ihr vielleicht, das kann man so biegen, und das legen wir zu einem S. Und dann kann das sich dehnen. Das ist eine ganz simple Lösung. Glauben wir zumindest. Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, um drauf zu kommen. Was ist, wenn auf der Brücke ein Zugendgleis loscht? Ab in das Flit, platsch, weg ist es. Nee, wie woanders auch wird. Kannst du nochmal, jetzt sind wir auf der Kamera. Ja. Die haben nämlich keine roten Lichter hier. Wir haben zwei Kameras. Gelernt vom letzten Mal, dass wir wenigstens immer eine haben, die läuft. Wird einfach wieder aufgestellt. Und gibt es eine Möglichkeit, noch weitere Speicher auszubauen? Bis Februar haben wir tatsächlich diesen Größenwahn immer gehabt. Und ich glaube, wir sind auch deswegen so ein bisschen so weit gekommen, weil wir immer groß bauen wollten. Im Moment, muss ich sagen, sind wir sehr devot und zurückhaltend. Und ehrlich gesagt, ein bisschen vorsichtig. Und träumen überhaupt erstmal, dass wir irgendwie in der Lage sind, den Speicher da drüben überhaupt auszubauen. Denn das Geld war eigentlich mal unser Notfalltopf geplant. Und die Einnahmen, die reinkommen, wollten wir eigentlich immer so sukzessive in den nächsten zwei, drei Jahren nutzen, diesen ganzen Ausbau da drüben zu machen. Und wir glauben nicht daran, dass in einem Jahr das alles wieder konstant ist wie vorher. Deswegen machen wir uns wahnsinnig Sorgen, wann wir ehrlich gesagt wieder weiterbauen können. Wir sind nicht immer einer Meinung. Und ja, okay. Normalerweise bist du der Pessi, nee, du... Ich bin der Realist. Der Realist. Und ich der Erde-Optimist. Ist einfach unsicher. Und dementsprechend einmal die Frage noch, benutzt ihr, was war das? Nee, jetzt habe ich nicht mehr die aktuellen Fragen. Nee. Meine Fragen sind weg. Technik! Ich hatte gerade ganz viele Brückenfragen. Naja, die Brückenfragen sind weg. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ein Zeichen, dass wir nochmal nach Südamerika kommen. Das ist jetzt wahrscheinlich dann kein Apple. Ja, das ist auch. Siehst du an dem kaputten Display. Ah ja, jetzt sind die... Egal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Brücke ist jetzt Brücke. Brücke wird toll. Brücke wird spannend. Wenn es nach uns geht, können wir im Juni das erste Mal mit Helm und Schutzanzügen da rüber gehen. Also nicht Schutzanzügen für Corona, sondern Arbeitsschutzanzügen. Und ursprünglich war mal geplant, dass Ende 2021, also in anderthalb Jahren, ihr als Besucher auch rüber gehen könnt, weil da drüben Südamerika fertig wird. Südamerika hat eine absolute Ausgangssperre. Das heißt, bei unserer Familie Martinez drüben, wir haben alle unsere Mitarbeiter rechtzeitig wieder zurückgeholt, weil wir bauen ja in Südamerika mit der südamerikanischen Familie Martinez. Die sind so verrückt und so toll, wer unsere zwei ersten How to Build South America Videos noch nicht gesehen hat. Schaut bei YouTube nach How to Build South America und erlebt Familie Martinez zusammen mit uns, wie wir Südamerika bauen. Das ist einfach... Wir waren auch schon zweimal zusammen da und wollten nicht mehr weg, weil es ist einfach... Es ist fast so ein bisschen wie aus unserer Anfangszeit, da drüben zu bauen, in einer Halle, die staubig ist, mit verrückten Leuten zusammen einfach. Rio ist jetzt fertig, wird jetzt demnächst verschifft, wenn dann irgendwann in Südamerika wieder irgendwie alles zum Laufen kommt. Liegt alles brach im Moment, wird sich alles verzögern. Wir wissen nicht, wie lange... Ja, wenn ihr das seht drüben, If you see this live screen, all the best for you. We wish to come back as soon as possible and build together with you. So, ja, stay healthy. Also, das erzeugt fast Tränen im Auge, muss ich erst mal sagen, der Gedanke, dass so ein Wahnsinnsprojekt einfach mit solch einer Abstand einmal jetzt gecuttet wurde durch so ein scheiß Virus. Auch da müssen wir einfach hoffen, dass es drüben schnell wieder weitergeht. Da kann ja nicht mal ein... Da kann ja nicht mal ein Mitarbeiter zur Arbeit fahren im Moment. Die sind nur... Die sind... Papa und die vier Kinder können bauen. Kein anderer kann bauen. Also, ich habe hier eine wichtige Frage von Marc. Die Brücke, ne? Ja. Baut die Gaston? Insider. Aus Holz. Aus Holz. Nicht aus Plastik. Wir haben unseren Brückenbauer Gaston, ein bayerisches Urgestein. Und wer ihn mal gesehen hat, weiß, dass er Plastik hasst und wahrscheinlich Stahl auch. Er liebt Holz. Nein, Gaston wird die Brücke nicht bauen. Dafür sorgen wir. Ja, also auf jeden Fall. Thomas, ich kenne deine PIN-Nummer nicht und die solltest du jetzt auch live vor der Kamera nicht eingeben. Ich gucke mal hier wieder drauf. Wird Corona auch ein Thema in Miniatur? Das ist eine gute Frage. Also, kann ich nicht beantworten. Nee. Es gibt Dinge, die möchte man eventuell auch einfach hinter sich lassen. Ich hoffe, ich würde mal sagen, wir können überlegen... Du willst unbedingt antworten, ne? Nein, ich wünsche dir rübergehen. Ach so. Wir können ja überlegen, ob wir ein Corona-Memorial-Diorama oder Szene bauen, wenn das Ganze hinter uns ist. Wenn Corona uns aber erhalten bleibt, dann wird es sicherlich auch irgendwo, dann werden wir hier auch Mundschutz in den Bussen einführen, was ich aber nicht glaube. Es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass jemand hier gefragt hätte, baut dir auch einen Knopfdruck, der auf Knopfdruck dich anspuckt. Okay, der war schlecht. Ich gebe dir ehrlich zu. Der war schlecht. Richtig schlecht oder wie schlecht? Fast alle haben abgeschaltet. Wie lang ist die Brücke? 25 Meter ungefähr. Das war jetzt ganz schnelle Ablenkung. Sag mal, habt ihr alle eurem Browser, seid ihr essen gegangen und habt den einfach weiterlaufen lassen, weil die Zahlen so konstant sind. Also freut mich wahnsinnig, wenn ihr denn alle echt auch wirklich zuguckt. Das kann ich fast gar nicht glauben. Eis hat auf der Sporthalle voll, wenn man YouTube und Facebook zusammenzählt. Könnt ihr ja noch mal alle den Like-Button drücken, falls ihr noch da seid? Ja, super. Damit der Algorithmus wieder uns ganz doll lieb hat. Wird es auf der Brücke Brückenpinkler geben, wird gerade gefragt. Richtig. Das ist ein Insider. Gaston hat irgendwann mal als Scherz in einer, ich glaube es war eine NDR-Reportage, zwei Brückenpinkler in Amerika auf die Brücke gestellt, die so im großen Strahl da stehen und runter Pipi machen und hat dann live im NDR das gesagt, ach, das sind jetzt mal Frederik und Gerrit, die haben immer so einen Druck. Und dadurch sind die Brückenpinkler berühmt geworden, wurden immer wieder geklaut und die stehen jetzt irgendwo, wo man nicht mehr rankommt. Also manchmal stehen sie auf einem Kreuzfahrtschiff, manchmal stehen sie auf einer Brücke, wo man gar nicht rankommt. Deswegen die Frage, ob wir hier auch einen Brückenpinkler haben. Ich stelle die Frage anders. Wenn wir eine Öffnung dorthin bauen, wer hat denn Lust runter zu pinkeln und einen Brückenpinkler zu spielen? Wird ansonsten nicht passen, weil wir die Welt von oben machen wollen und die Welt von oben wird eher wahrscheinlich, wir sind uns noch nicht ganz sicher, eher keine Figuren haben, sondern in einem anderen Maßstab sozusagen sein. Sonst kriegt man so diese schönen Bilder, ein Delta oder so, gar nicht dargestellt. Tiere, die dann so irgendwie durch Botswana langen. Bist du schnell. Ich habe Brückenpinkler Wunderland eingegeben. Bei Google. Bei Google. Ich weiß nicht, ob du es scharf kriegst. Da stehen die beiden auf der Brücke oben und pinkeln runter. Okay, also, ich glaube, wir müssen mal, ich sehe gerade, wir sind bald zwei Stunden online. Schnell noch die eine Frage, die hier beantwortet wird und dann würde ich sagen, schnacken wir noch ein bisschen über Corona. Ach, da kommen Fragen ohne Ende rein. Also nochmal ganz schnell, wie wird Südamerika her transportiert? Das machen wir tatsächlich in Etappen. Jetzt ist Rio de Janeiro fertig und wenn hoffentlich der Shutdown dort wieder fertig ist, dann wird es eingepackt und mit dem Schiff rüber transportiert. Und das ist spannend und da sind wir alle nervös. Es hat auch schon freiwillige Anfragen gegeben, ob man mitfahren kann, um das Schiff zu überwachen und die Container zu überwachen. Ich vertraue dem oder wir vertrauen dem. Das kommt hier gut an und dann lagern wir es hier erstmal ein, weil der Speicher da drüben muss erstmal ausgebaut werden. Dann nochmal wieder Frage, was macht ihr mit den laufenden Kosten der Gehälter? Ja, haben wir am Anfang schon gesagt und beim letzten Live-Screen deswegen nicht mehr so lange. Wir haben am Anfang noch geträumt, als wir hier zugemacht hatten, dass wir weiterbauen können. Ohne Besucher kann man viel besser eigentlich ja bauen, weil man nicht nur in einer Nacht bauen muss und so. Aber wir haben ganz schnell gesagt, dann ist unser Notfalltopf sehr schnell alle und wir wollen möglichst lange damit durchkommen. Deswegen sind alle in Kurzarbeit. Das heißt, alle sitzen zu Hause. Viele von euch gucken gerade zu. Das haben wir beim letzten Live-Screen gesehen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt noch irgendwo Laune und dass wir uns gegenseitig vermissen, das schreiben wir uns ganz, ganz viel und viele kommen auch manchmal vorbei. Und ja, wir hoffen, dass das nicht mehr so lange geht, denn das hält man ja auch emotional schwer aus. Irgendwann ist alles viel zu sauber. Das ist tatsächlich ein Herzenswunsch von mir, an dieser Stelle mal zu sagen, alle sind hier zu Hause und die Baumärkte sind voll, weil alle ihren Garten pflegen. Macht doch genau das Gegenteil. Verwüstet ihn, übergibt ihn der Natur, macht wilde Ecken, weil die Bienen, die Insekten und so weiter, die freuen sich in Ass. Und ich glaube, dass die, ich könnte es mir, wenn ich mir meine Nachbarschaft so anbuche, vorstellen, die Gärten werden alle ordentlicher, weil die Leute gerade so Zeit haben, ihre Gärten zu pflegen. Alles Unkraut wird rausgezupft. Das ist eigentlich suboptimal für unsere Natur. Aber das Thema Natur und Klimawandel und so weiter kommt ja sowieso gerade ein bisschen zu kurz. Ich hoffe, so wie das die Leopoldina-Stiftung ja auch in ihrem Entwurf, wo sich 26 Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen die verschiedenen Interessen vertreten hingesetzt haben und innerhalb von kürzester Zeit ein Maßnahmenpaket geschnürt haben und das in wundervolle Sätze gefasst haben, was für mich wirklich so ein Beispiel ist. In der kurzen Zeit, das ist für mich wahnsinnig. Unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Interessen schaffen es, ein Papier zu formulieren, wo der Konsens wirklich in jedem Satz abgebildet ist. Was subjektiv, ich betone, exakt meine Meinung trifft. Und da steht drin, es war übrigens dieses Leopoldina-Stiftung, oder wie heißt das? Leopoldina-Stiftung, nee, was ist es? Egal, ihr wisst, was ich meine. Schon. Dieses, was die Wissenschaftler veröffentlicht haben, was sie jetzt der Merkel gerne an die Hand geben würde, wie sie entscheiden soll. Da steht so ein magischer Satz drin, dass das Wiederanfahren, ich glaube, Sie haben es sogar Wiederaufbau genannt, das Wiederanfahren der Wirtschaft bitte unter dem Gesichtspunkt der Klimaneutralität und des ökologischen Gleichgewichts stattfinden soll. Sprich, man soll sich wirklich jetzt mal überlegen, ob man fossile Brennstoffe immer so subventionieren möchte, wenn man nicht auch andere Wege gehen könnte. Und ganz ehrlich, ich bin auch recht, wenn ich da wieder von einigen Firmen höre, es gibt nur das eine oder nicht. Entweder wir überstehen jetzt die Corona-Krise oder wir tun was für einen Umweltschutz, da kriege ich das Kotzen. Dann ist das Geschäftsmodell falsch. Tut mir leid. Wenn das Geschäftsmodell nur durch Ausbeutung der Natur funktioniert, ist das falsch. Jeder Chef, der das gerade gehört hat, bitte hinterfragt, ob euer Geschäftsmodell auch einigermaßen klimaneutreicht geht. Das über Ausbeutung von anderen Ländern und Menschen funktioniert dann auch. Ups. Okay. Ja, wir können uns in Rage reden. Wir alle müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir auch. Zu uns reisen ziemlich viele Leute. Vielleicht kann man das in Zukunft ein bisschen regionaler machen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen alles überdenken. Alles muss auf Anfang gesetzt werden. Einmal überdacht werden. Und dieses, wenn wir die Corona-Krise überstehen wollen, dann können wir nicht zum Umweltschutz gehen. Das kann nicht funktionieren. Aber wir sind jetzt weit weg vom Thema. Also ganz ehrlich, wir sind jetzt hier im gesellschaftlichen Thema. Wir hoffen, dass noch ein paar dranbleiben. Denn eine Sache haben wir. Wir haben heute Nachmittag ein Corona-App-Video veröffentlicht und haben da lange dran gebastelt. Haben uns viel Mühe gegeben, weil wir diese Diskussion leid sind. Seit fünf Wochen wird darüber diskutiert, wie man eine Corona-App in Deutschland machen kann. In Deutschland, ist die Betonung, machen kann. So, dass von paarundachtzig Millionen Menschen auf wirklich paarundachtzig Millionen Menschen alle zufrieden sind. Und auch nicht ein einziger Datenschützer, der ein Ego-Problem hat, noch sagt, ich bin aber dagegen, ist tatsächlich in Deutschland nicht möglich. So, und das hat uns genervt, weil gerade wir als Touristenattraktion, wir hoffen, dass alles dafür getan wird, dass dieser blöde Virus endlich weg ist. Dieses Virus zerstört so viel, nicht nur finanziell, wirtschaftlich, sondern auch emotional. Und wenn so eine Corona-App dafür sorgen kann, dass es eine Eindämmung gibt, dass man die Infektionswege einfach schneller zurückverfolgen kann und vorher trennen kann, dann ist es wirklich okay, die sich auch einfach mal dann runterzuladen, wenn die in ein paar Wochen kommt. Nicht unterbrechen, in ein paar Wochen runterkommt. Ich rede mich jetzt in Rage, weil die haben das jetzt dezentral gemacht. Es läuft nur bei IDs, die andauernd wechseln. Es ist nur auf dem eigenen Handy gespeichert und nicht mit Rückverfolgung möglich, ob das jetzt der oder die oder das war und ob die gerade sonst wo war oder sonst wo war. Und ganz ehrlich, es ist für mich ein Scherz, was jetzt schon bei unserer Corona-App, die wir ganz liebevoll gemacht haben, einfach dargestellt, wie es ist. Neutral. So funktioniert sie. Für einen Scheiß untersteht. Da kriege ich ehrlich gesagt das Kotzen. Es tut mir leid. Ich kann nur noch kotzen. Da stehen Kommentare drin von wegen, ich lasse mich in Deutschland nicht tracken, wo ich überall bin, damit der Staat überall weiß, wo ich bin. Scheiße, informiert euch, bevor ihr so einen Müll bei Facebook schreibt. Es tut mir wirklich leid. Diese Corona-App ist eine Chance. Und jeder, der das geschrieben hat, tut das bei Facebook mit einem Apple-Handy, googelt vorher, wo ist das Wunderland eigentlich und sagt, es ist scheiße, wenn das nur dezentral gemacht ist und wieso ist der Source-Code noch nicht veröffentlicht. Da könnte ja irgendwo noch was ganz Bösartiges drinstecken. Tut mir leid. Habe ich nicht viel zu hinzuzufügen. Auch wenn ich noch so kleine Extra-Wünsche an die App gehabt hätte. Klar. Als ich jemanden, der auf Datenschutz auch ganz, ganz viel Wert liegt. Wir alle. Und der am Anfang sofort sagte, aber da hat der Herr Spahn noch von seiner GPS-Daten, von den Mobilfunkmasten personenbezogen kriegen gesprochen, womit der übrigens bei ganz vielen Leuten genau diese Angst verursacht hat. Es ist bis heute nicht deutlich genug kommuniziert, dass das nichts damit zu tun hat, was im Februar, März noch im Gespräch war, von den Mobilfunkbetreibern Daten zu kriegen. Sondern diese App speichert nicht mal ein Standort, kein GPS, keine personenbezogenen Daten, sondern nur die Begegnung. Als eine Austausch einer Zahl. Guckt euch das Video mal an. Bitte macht das mal. Guckt euch das Video mal an. Die Begegnung. Und es ist, wenn der Source-Code veröffentlicht, wovon ich ehrlich gesagt auch ausgehe, ansonsten gibt es genug Leute, die aus der App heraus das zurückberechnen können, was die App machen. Da könnt ihr ziemlich sicher sein, wenn diese App irgendwas macht, was sie nicht soll, dann kriegt man das raus. Also da braucht ihr sozusagen, also die Beschreibung dessen, was die App tut, muss sie auch tun. Wenn sie auf irgendwelche anderen Schnittstellen im Handy, wie zum Beispiel das GPS oder die Werbe-ID oder was weiß ich nicht zugreift, dann merkt das System das. Also ganz ehrlich, das ist jetzt eine Corona-App light, 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 light geworden. Ich hätte auch meinem Staat vertraut, es zentral zu machen. Mit dem Gewinn, dass man viel, 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 viel mehr Daten, wenn man sie nicht missbraucht und einfach mal unterstellt, dass sie zur Besiegung, Bekämpfung eines blöden Virus genutzt werden sollen, hätte ich es auch sogar zugelassen, weil es hätte noch ganz viel mehr Möglichkeiten gegeben. Ist jetzt aber nicht, diese Version ist anders. Ich verstehe, worüber ich mich so aufrege, worüber ich mich einfach aufrege, kannst du sagen, ist gar nicht das. Es ist nicht Datenschutz hin oder her. Datenschutz ist so unendlich wichtig. Ich rege mich über die Art der Kommentare auf, dass es Menschen gibt, die sich da hinstellen, ohne sich jemals mit diesem Thema beschäftigt zu haben, erstmal irgendwo von irgendeinem Fake-News-Account irgendeinen Scheiß gespeichert haben, davon auch nur ein Drittel, es verarbeitet haben in eine verschwörerische These und das in die Kommentare schreiben, ohne jemals zu wissen, wovon sie überhaupt schreiben, von einem Apple-Handy auf einem Facebook-Account und dann über Datenschutz sich beschweren. Darüber lege ich mich auf. Ganz, das möchte ich kurz sagen, weil es ist mir wichtig, wir dürfen nicht in einer Krise, wie es Ungarn uns zum Beispiel gerade vormacht, wir dürfen nicht in einer Krise zu viel uns entscheiden, das machen wir jetzt, weil die Krise uns dazu zwingt, was dann etabliert ist und hinterher auch bleibt. Das ist eine berechtigte Sorge. Wer sagt denn, dass es bleibt? Die Sorge ist da, aber dann ist schon mal ganz viel Misstrauen da. Das ist, das ist, das geht in... Freddy, keiner hätte vor Jahren mit seinem Fingerabdruck ein Mobiltelefon eines großen Anbieters, das muss nicht Apple sein, egal wer, freigegeben. Das haben ja andere Firmen vor Apple schon gemacht und die sind damit gescheitert, weil die Leute gesagt haben, ich gebe doch nicht meinen Fingerabdruck in ein Device, was mit dem Internet verbunden ist und dann über einen fremden Server in Amerika das freischeidet. Und irgendwann war die, hier ist das Beispiel, oh, ich will das haben und so weiter so groß, ach, ist ja nicht so schlimm und ist ja auch praktisch. Schwupp, mittlerweile sind Fingerabdrucksensor überall etabliert, überall. So kommt das. Das ist dieser Gleitend, wenn nehmen wir einen Übergang nicht wahr. Und genau deswegen finde ich es richtig, auch zum Schutz der Demokratie und allem drum und dran, dass wir nur das machen, was nötig ist. Jetzt lasst mich. Dass wir nur das machen, was nötig ist. Und nötig wären deine Vorschläge nicht, sondern nötig ist nur, dass du feststellen kannst, wer es sich begegnet, wer es infiziert und die anderen kriegen das irgendwie nicht. So, das haben wir jetzt auch. Und darüber ringen sie sich auch. Und darüber ringe ich mich auch. Dass Leute, die mit einem Fingerabdruck auf einem amerikanischen Server von einem amerikanischen Großkonzern, der nur auf Ausbeutung aus ist, sich mit diesem Handy einen Kommentar schreiben, dass sie ein Problem damit haben, dass sie Corona-App eventuell ganz vielleicht unter bestimmten Umständen eventuell mal einen Datensatz liefern. Wenn du dir die Profile, ich möchte jetzt nicht pauschal alle über einen Kamm schirren, es gibt Leute, Sag mal was, ist überhaupt noch jemand online? Es gibt Leute, die haben berechtigte Sorgen dafür, wie ich ja hier und da auch. Darf ich jetzt auch mal? Ich höre dir auch zu, auch wenn es nicht so aussieht. Man muss sich aber die Profile auch mal angucken dahinter. Das heißt, wenn du auf diese Profile guckst, das ist auch ja etwas, was man jedem raten kann. Wenn da irgendjemand basht oder wie auch immer in den Kommentaren, guckt einfach mal auf das Profil, was der sonst so schreibt. Dann freuen wir nicht mehr, viel weiter zu gucken. Damit möchte ich nicht alle über den Kamm schirren. Da sind auch viele Kommentare, hinter die ich sehr ernst genommen habe. Ich zum Beispiel wäre persönlich ein Freund gewesen von der Idee, dass man die Tests mit einem eindeutigen Code versieht und dass du mit dem Testergebnis, du bist positiv, gib das bitte in deine App ein, den Code mitkriegst und damit keine Fake, ich bin positiv, alle meine Freunde sind gedisst, die kriegen jetzt auch das Bing auf, die geht zum Arzt auf dem Handy. Ich weiß noch nicht, wie man das lösen will. Ich habe ja noch Kritik an dem Ding. Es geht noch besser. Und im Endeffekt, Tipps und Kritik zu äußern, wo etwas noch besser geht, ist okay. Aber das ist das nicht, was er meint. Das ist ja wirklich, das ist Propaganda und Fake News, was hier einige drunter schreiben. Und das ist gefährlich. Und ich verstehe nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich meine nicht alle, ich meine vor allem diese ganz Dissenden, dass die Leute das ernst meinen. doch, die meinen das ernst. Und das Schlimme ist, sie kriegen auch noch Likes. Das glaube ich nicht. Das sind, das ist, das ist Maschinerie. Da bin ich immer sicher. Ich habe ein Bild gepostet, er hat einen Bericht, als Trump die WHO-Zahlung eingestellt hat, weil er ja wie immer für den ganzen Scheiß, den er verzapft, für die ganzen Lügen, die er verbreitet, am Ende jemand anderen die Schuld gibt. Jetzt darfst du nicht mehr nach Amerika reisen. Das darf ich sowieso nicht. Und diesen Bericht, das mache ich auch nicht, diesen Bericht habe ich gemacht. Was da drunter, vor allen Dingen auch von Amerikanern kommt, die glauben das. Das ist ja wirklich so, wenn du das zu oft liest bei Facebook, die glauben das. Und genau so kann man jetzt sagen, das was wir alle gucken und glauben und wo wir informieren, glauben wir auch. Das ist diese berühmte Blase. Und da muss man theoretisch aufpassen, dass man nicht die Kritik sagt, das ist ja Fake News oder wie auch immer. Damit meine ich, eine gesunde Diskussion ist immer nötig. Aber ich meine nicht diese echten Fake News. Und die habe ich da auch teilweise bekommen. Also, ja. Also wir können uns jetzt weiter um Kopf und Kragen reden, aber es ist nun mal so, wir tragen immer unser Herz auf der Zunge, sagt man, glaube ich, auf der Herz auf der Zunge. Das wird auch nie so anders sein. Das kennt ihr schon immer. Das Beispiel, Gerrit, kann ich nur mal weitergeben. Let the world be great again. Ich weiß nicht, wem von euch dazu was einfällt. Trump war gerade 100 Tage im Amt, hat sich symbolisch eingemauert mit seinen ersten Amtshandlungen und Taten gemacht hat, kam Gerrit irgendwann abends und meinte, ich habe die Schnauze voll, ich möchte jetzt eine Mauer bauen um unseren Amerika-Abschnitt, um der Welt mal zu zeigen, wie so eine Mauer aussieht. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Amerika ungefähr 50-50 Zustimmung und Gegnerschaft zu Trump. Also haben wir diese grandiose Mauer gebaut, die ist um die Welt gegangen, um die ganze Welt. Die war in allen Zeitungen der Welt. Let the world be great again, stand drauf, world, also nicht make America great again, sondern make America great again, hat er glaube ich gesagt, oder America first. Genau, wir wollen America first vor allem. Und dieses Bild ist um die Welt gegangen und wir haben den größten Shitstorm aller Zeiten gekriegt, in Amerika. Und das war unfassbar, das habe ich bis heute nicht verstanden, die Leute, die gegen Trump sind, als wirklich, ich sage es jetzt einfach mal, als einen, der morgens irgendwelche komischen Lackverbindungen zu sich nimmt, und anders kann ich das nicht verstehen, der wirklich eigentlich nur Kopfschütteln erzeugt, auch diese Menschen, die genau diese Meinung haben, haben plötzlich gesagt, Wunderland ist scheiße. Ja, weil Wunderland hat was gegen uns Amerikaner gesagt, dass wir Trump meinten und nicht die Amerikaner. Ich habe Trump aufgebracht, aber lass uns zu Corona zurückkommen. Das war der blanke Wahnsinn, aber im Rest der Welt haben wir eigentlich einen Lovestorm gekriegt. Ich habe nur mit einem Wunsch. Corona hat keine... Wir sind in Amerika gekommen, eigentlich nicht. Ich habe Trump erwähnt. Achso. Corona hat keiner bestellt, gekauft, gewünscht, gemacht. Also gehen wir von aus, es gibt auch da schlaue Verschwörungstheorien. Ich glaube, Corona ist der Welt einfach passiert. Und wie immer ist es so, dass in dem Moment, wenn etwas uns Angst macht, wenn etwas neu ist, wenn etwas ungewiss ist, dass wir dann, ja, dass wir dann Angst haben. Man kann nur vor etwas Angst haben, was in der Zukunft ist. Man kann, also das kommt noch. Man hat nicht Angst vor etwas, was ist, also was einen gerade berührt, weil dann merkt man oft, dass man damit umgehen kann. Und genau diese Angst lässt viele Leute dazu bringen, auf bestimmte Dinge, die ihre Angst bestätigen oder wo Hoffnung gemacht wird, reagieren. Auf der anderen Seite gibt es unheimlich viele Menschen, die wissen ganz genau, so eine Krise, wie wir jetzt haben, ist eine unheimliche Möglichkeit für Machtverstärkung. Das heißt, wenn man sich immer erst mal überlegt, wer sagt mir das? Folge dem Weg des Geldes ist ja auch so ein Spruch. Was will der erreichen? Dann fragt man sich, okay, unsere Regierungen haben entschieden. Haben sie entschieden, um ihre Macht zu stärken oder was könnten die sonst damit bezwecken? Dann kann man sich diese Frage relativ schnell beantworten. Aber worauf ich hinaus will ist, keiner von uns weiß wirklich über Corona Bescheid. Vielleicht wissen es einige Wissenschaftler, aber die Wissenschaftler, die vermeintlich sich damit auskämmen, kennen es auch immer nur in dem Bereich, wo sie forschen. Das Ganze, das sind wahnsinnig viele Informationen weltweit, läuft gerade in so einem riesengroßen Rührtopf zusammen und ab und zu springt mal was hoch. Jetzt ist gerade zum Beispiel aufgefallen, Portugal hat eine Polio-Impfung. Deutschland hatte die in dieser Zielgruppe, wo die Todesrate so hoch ist, auch bis vor einigen Jahren. Das sind genau die Länder, wo wenige Tote sind. Plötzlich könnte man überlegen, ob die Polio-Impfung eventuell vor Corona schützt. Nur mal so als ein Beispiel. Ein Bandwurmmittel ist jetzt herausgefunden, könnte helfen bei der Behandlung. Es ist verrückt. Jeden Tag kommen neue News. Die meisten Dinge sind bald wieder vergessen. Aber wir könnten jetzt hier euch fünf Stunden über Corona irgendwie erzählen, weil wir uns halt so viel damit beschäftigen und auch oft unterschiedlicher Meinung sind, was dann zu Diskussionen führt. Und dann geht der andere los und googelt das und versucht das zu beweisen. Aber was ist dabei herausgekommen? Keiner von uns weiß das. Ich kann jetzt Übersterblichkeiten in das Unwort des Jahres zeigen. Wir haben in Deutschland tatsächlich nicht mal diese Untersterblichkeit, was man denken würde, kompletter Lockdown, keine Verkehrsunfälle mehr, dafür vielleicht psychologische Erkrankungen. Keiner kann in die Zukunft gucken. Nicht mal das abwägen. Wer möchte denn? Also man könnte jetzt ja, okay, alles klar. Wir wissen jetzt mehr über das Coronavirus. Wir haben England, wo wahrscheinlich um die 50.000 Tote sind, weil die melden nur die, also die, die im Krankenhaus gestorben sind. Und das ist auch so eine Sache, man muss sich mit den Zahlen genauer beschäftigen, um überhaupt zu wissen, was wird da gemeldet. Ganz kurz mal, zehn oder elf Mal mehr Tote in Schweden pro Einwohner als Deutschland. Zehn oder elf Mal mehr Tote in Schweden als in Deutschland pro Einwohner. Und alle feiern Schweden. Ist mir ein Rätsel. Das ist auch beachtlich, was Schweden da macht. Weil Schweden hat halt, wie gesagt, ein ganz anderes Bildungssystem, dass den Mut zu haben, den, ich soll auch da reinsprechen, weil es kaputt ist, Akku leer, habe ich es geschafft? Okay. Das ist jetzt das Corona-Mikro. Um was zu Schweden zu sagen, die haben ein anderes Bildungssystem und die haben ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl und eine viel höhere Solidarität in der Bevölkerung. Das heißt, da war dieses, man muss es sagen, Experiment, gewagt, aber interessant. Weil diese letzten beiden Regeln, die wir am 23. bekommen haben, das ist die Kontaktsperre und Schulen waren ja schon viel eher geschlossen oder wie auch immer, die haben, hat sich Schweden erspart und hat gesagt, das schafft ihr selber und das geht gerade schief. Wenn man sich die Übersterblichkeit in den Ländern anguckt, wirklich die faktischen Zahlen, egal woran die gestorben sind, dann sind genau... Also einmal kurz Übersterblichkeit erklärt, wenn als Beispiel in einem Land X normalerweise in einem durchschnittlichen April 1000 Menschen sterben. In den letzten Jahren jeden April im Schnitt 1000 Leute gestorben sind in einem bestimmten Land. Kleines Land. Dann guckt man dieses Jahr als Beispiel sind jetzt 1100 Leute gestorben, im April gab es eine Übersterblichkeit, sind nur 900 insgesamt an allen Todesfällen, die es gibt, gestorben, dann gibt es eine Untersterblichkeit. Genau, diese Zahlen, die kann man bei Euromomo zum Beispiel einsehen und da sieht man ganz genau die Länder, die auf Herdenimmunität gesetzt haben oder wie der Johnson ist, nur ein Schnupfen oder wie auch immer, oder Schweden, die gesagt haben, hey, wir schaffen das mit Eigenverantwortung. Was ja eigentlich ein guter Gedanke ist. Genau, deswegen möchte ich Schweden am Gotteswillen nicht dissen. Es ist unheimlich mutig, was die da machen und es könnte am Ende sogar funktionieren. Die Frage ist, zu welchem Preis. Genau das sind die Länder, die die Übersterblichkeiten haben. Dazu kommen auch die Länder, die es einfach nicht wussten, Italien, weil es da zu spät bemerkt wurde, Frankreich, Spanien. Die Länder, die sehr hart und sehr schnell reagiert haben, die haben keine Übersterblichkeit oder zumindest nur eine sehr geringe. Das alleine ist doch, kann einem das Gefühl gehen, wenn man das einfach globaler betrachtet und nicht nur auf seine eigene Position, mich stört das oder wie auch immer und in Deutschland hat die Märkte das alles falsch gemacht oder richtig gemacht oder wie auch immer, sondern das globaler betrachtet, also diesen Riesentopf von Informationen wühlt, komme ich persönlich zu dem Entschluss. Keiner kann momentan sagen, wie gefährlich Corona ist. Keiner kann momentan sagen, ob es diese zweite Welle gibt. Das ist rein nur aus Erfahrung mit dem Coronavirus und dem Spanischen Influenza-Virus, was da nicht unwahrscheinlich ist. Keiner kann sagen, ob wir eine gewisse Immunität in uns haben. Da gibt es Indizien dafür. Es gibt durchaus Indizien dafür, dass sich das im Sommer totlaufen könnte. Aber du hörst, es ist immer der Konjunktiv. Und das zu entscheiden möchte ich nicht müssen. Und jetzt gibt es noch etwas, als am 22. entschieden wurde, dass dieser letzte Schritt, den ich auch doof finde, mit dem Kontaktverbot, das ist eine sehr, sehr harte Einschränkung und demokratisch sehr schwer zu vertreten, aber meines Erachtens richtig, auch wenn er vielleicht im Nachhinein noch nicht mehr nötig gewesen wäre, aber wer weiß, es ist hinterher, am 22. die beiden wichtigen, ein Video und einen Bericht einer großen Nachrichtenportals in Deutschland, gab es in der letzten Woche zu dem Thema, guck mal, wir sind betrogen worden, der R-Faktor war schon unter 1, als am 23. diese schlimmen Maßnahmen kamen. Hey, wir haben am 8. begonnen, die Schulen, glaube ich, zu schließen oder das anzutun. Am 16. ist das Wunderland geschlossen worden und die Schulen waren dicht. Ja, am 13. haben wir beschlossen. Aber ist auch egal, am 16. wurde dann verkündet, dass es Wiederverschärfungen gibt und am 23. kamen die Entscheidende. Ende Februar waren alle schon darauf geeicht, oh, 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 hier kommt ein Problem und man hat uns Hygieneprägeln erzählt und so weiter und so fort. Nur der letzte kleine Schritt, der letzte kleine Schritt wurde am 23. entschieden. Es war ein großer, aber natürlich hat das schon alles gewirkt. Und jetzt das Wichtigste. An dem Tag, als es entschieden werden musste, wusste man das, was man heutzutage weiß, dass man den Infektionszeitpunkt ja aus den Meldezahlen zurückrechnen kann und was man dann für ein Ergebnis bekommt, nicht. Sondern keiner konnte zu dem Zeitpunkt diese besagten 14 Tage in die Zukunft gucken. Das ist der große Fehler in diesem Video und in diesem großen Bericht. Also ich muss mal kurz sagen... Das heißt, unter bestem Wissen und Gewissen wurde hoffentlich, ich habe auch einen Rest Misstrauen, entschieden, aber ich kann keinen großen Fehler feststellen. Und das Einzige, was ich feststellen kann, ist, ich glaube, die Menschheit kann im Vergleich zu Januar, als einige echt uns Angst gemacht haben, was für mich nicht das probate Mittel ist, das muss ich mal sagen, dass dieses Szenario nicht eintritt. Also ich muss mal ganz kurz dazu sagen, es sind immer noch wahnsinnig... Das ist mir ein wichtiger Satz, den ich zu Ende bringen möchte. Ich habe Hoffnung, aber diese Hoffnung ist daran geknüpft, dass wir nicht sofort sagen, ist ja kein Problem, wir lockern jetzt alles, sondern das vorsichtig machen. Und wir sollten dieses Stolz, was wir jetzt haben, nicht entspielen. Genau, alle zwei Wochen wir prüfen. Ich finde diesen Satz richtig gut, auch wenn er von vielen, vielen Leuten gedisst wird. Ich bin ehrlich gesagt stolz darauf und kann sagen, ich bin wirklich... Ich habe oft mich mit Gerrit zum Beispiel gestritten und am nächsten Tag habe ich ihm gesagt, du hast recht. Weil es sich am nächsten Tag herausgestellt hat, dass er das schon geahnt hat oder wieder irgendwo anders mehr gelesen hat. Gerrit liest wahnsinnig viel darüber. Da habe ich meinen größten Respekt. Ich kann sein, dass wir ein Buch wieder schreiben oder so und alles über den Haufen schmeißen und sagen, das war alles Mist und hätten wir das bloß anders entschieden, dann würde das Wunderland heute anders dastehen. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Mein Herz und mein Bauchgefühl sagt mir, lieber einmal etwas vorsichtiger, weil man sieht, eine Triage in Deutschland möchte ich nicht erleben. Und wir haben sie in einigen Orten dieser Welt nun mal erlebt, weil man nichts getan hat. Und dass alle immer sagen, wir sind betrogen worden, weil wir nur 5.000 oder 6.000 Tote haben. Es sind auch 5.000, 6.000 Schicksale. Egal, ob die jetzt nur noch ein oder fünf Jahre zum Leben hatten, es sind erst mal Schicksale. Und es sind nur 5.000 oder 6.000, weil Deutschland mit am konsequentesten neben Österreich und so echt rechtzeitig gehandelt hat. Gerrit, hier haben ganz viele Leute geschrieben, sie wollen mehr über das Wunderland und nicht mehr über Corona. Wir sind jetzt zwei Einviertelstunden auf Sendung. Aber dann müssen wir jetzt auch über das Wunderland. Wollen wir noch weiter machen? Okay, also wir haben aber extra angekündigt, weil ich kriege hier Infos, dass ihr nichts mehr hören wollt zu Corona. Dafür seid ihr aber ganz schön ausdauernd, mit noch über 5.000 Leute. Bei uns beiden wird es immer so sein. Es wird nicht, wir werden nicht nur einfach eine Unterhaltungswendung sein. Das heißt, vielleicht sind wir auch gerade dadurch unterhaltsam, dass wir uns vor der Kamera streiten. Aber wir haben immer irgendwas zu sagen. Und wir können auch nicht, also es gibt so viele Dinge, über die wir beide uns immer gerne aufregen und wo wir kleine Weltverbesserer sind. Ich habe neulich mal wieder irgendwo gelesen, ach, das linksversüfte Wunderland wieder, weil ich irgendwie was für Klimaschutz geschrieben habe. Und da habe ich demjenigen nur geschrieben, danke fürs Kompliment. Wenn wir einfach blind durch die Welt laufen, dann können wir auch gerne so weitermachen. Und da müsst ihr dann einfach in dem Moment durch oder hoffentlich nicht abschalten. und wir kommen jetzt noch mal kurz zurück aufs Wunderland. Also ich danke, dass ihr uns diese 20 Minuten gegönnt habt. Also, ich kann auch mal ein Live-Ding hier vom Leitstamm machen über Fake News in Bezug auf die Elektromobilität. Aber ich glaube, dann ist die Einschaltquote gering, oder? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, für den ganzen Schwachsinn, der über Elektromobilität steht. Nein, wir bleiben jetzt mal ganz kurz nach Wunderland. So, genau. Nein, nicht jetzt. So, ja. Du musst doch zuhören. Zuhören und dann da reinsprechen, ja? Man hört zu und spricht da rein. Ich bin ein Mann. Ich habe hier die Frage bekommen, also die ist ganz oft gekommen, ich soll mal unsere Server zeigen. Ich kann das ja einfach mal versuchen. Aber jetzt, Franz, reicht dieses Funkmikrofon bis nach unten? Nein. Dann kommentiert Frey das. Dann muss ich das kommentieren. Also, dann muss ich dazu noch mal sagen, wir gucken ab und zu an der Kamera vorbei, ganz klar deswegen, weil wir haben hier einen Monitor, wo man sieht, wenn die uns in der Regie da was einspielen. Also, Thomas, die Regie. Wir machen das alles hier hobbymäßig. Mit eigener Technik. Es sind alles unsere eigenen Kameras, unsere eigenen Freaks, die wir mitgebracht haben. Franz, Linus, Alex, Basti, Thomas. Das ist großartig, was ihr hier macht. Und das ist unser Serverraum. Ich hoffe, das hat geklappt und ich sehe es nicht nur auf meinem Bildschirm hier. Da sehe ich nämlich jetzt, dass Gerrit beim Serverraum unten ist. Den haben wir neu gebaut. Wenn Gerrit mich hören würde, man sieht es spiegeln. Im Hintergrund sieht man noch die ganzen Bildschirme von unserem provisorischen Leitstand, den wir gebaut hatten, bevor dieser hier wieder in Betrieb ging. Weil wir eigentlich dachten, dass wir während der Betriebszeit einen neuen Leitstand bauen müssen. Brauchen wir also für den Betrieb, weil jeden Tag ja ganz viele Gäste auch da sind, einen zweiten Leitstand, wo wir provisorisch die Züge steuern können, damit die Besucher auch alles hier haben. Den haben wir nur ganz kurz gebraucht, weil dann kam der Lockdown. Hätten wir uns also eigentlich sparen können. Der sieht eigentlich ganz witzig aus. Da, jetzt zeigt Gerrit den. Das ist unser provisorischer Leitstand gewesen. Und jetzt kommt Gerrit wieder hoch. Gerrit, geh nochmal zurück auf den Server, falls du mich hörst. Geh nochmal zurück zum Server. Er dreht um. Sehr gut. Weil jetzt habe ich noch gar nichts erzählt. Ich habe keine Ahnung von Technik. Da viele andere das auch nicht haben, die hier, wo dann, habe ich immer gesagt, die sollen noch mehr Lichter einbauen. Das sieht noch verrückter aus. Das sieht da noch mehr nach Spielkram aus. Doug, ich möchte übrigens keinen Sushi. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, ob ich Sushi möchte. Danke für die Nachfrage. Und Doug, unser IT-Chef, den habe ich immer penetriert. Ich brauche noch mehr Lichter. Es muss noch mehr blinken. Es muss noch mehr nach Spielkram aussehen. Ja, das ist schon irre. Wenn man uns, glaube ich, früher gesagt hätte, dass das unser Server ist, den wir hier brauchen, um das Wunderland zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich als Antitechniker, der nun mal damals die Idee hatte und erst mal Gerrit heiß machen musste, ob ich mir das getraut hätte, dass wir das überhaupt alles wuppen können. Das ist Wahnsinn, dass wir über 100 Computer inzwischen haben. Lichter in bald, wenn es so weitergeht, Millionensteller. Ich glaube, wir sind jetzt bei 500.000 oder 600.000 Lichter mit der Kirmes noch mehr dazu. Das ist unfassbar, dass wenige Leute, also unsere IT-Abteilung sind eigentlich nur zwei, drei Leute, dass die das alles am Laufen halten. Das ist Wahnsinn. Also wir sind sowieso, glaube ich, die stolzesten Chefs, die es in Deutschland gibt. Also ich glaube, das hat funktioniert, außer dass unsere Zuschauer wenig Informatives über den Server erfahren haben, weil Mr. Technikbrain einfach mal gefehlt hat. Vielleicht willst du nachträglich dazu noch was sagen? Ich dachte, als du das zweite Mal sagtest, hast du dir Dack geholt oder wie auch immer. Das wäre nicht eh gewesen. Wir sind da nicht besonders spektakulär. Es ist bei uns auch viel auf Betriebssicherheit ausgelegt, aber im Endeffekt, wir haben insgesamt für den, wir haben sicherheitsrelevante Computer 53, die für den Betrieb erstmal lebensnotwendig sind. Dann haben wir natürlich das, was im Hintergrund läuft. Das ist von der Eintrittskasse bis über was irgendwas. Kommen wir auf 120 Rechner, die irgendwie laufen müssen, um hier einwandfrei zu funktionieren. Und im Endeffekt laufen wir über vier große Server, Datenbanken und ähnliches. Und das war es schon. Die Züge haben einen eigenen, alle anderen Steuerungssysteme haben einen zweiten und dann der Rest ist eigentlich eher Verwaltung und ähnliches. Ich schnappe mir das nochmal eben. Seit, also ganz schnell ein paar Fragen, Antworten und ich würde sagen, dann kommen wir demnächst mal zum Ende und sind stolz, wie lange ihr da geladen seid. Seid ihr Eigentümer des Speichers? Nee, das sind wir nicht. Wir sind Mieter und wir zahlen auch aktuell noch unsere Miete und ja, werden tatsächlich aber irgendwann darüber reden müssen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir sonst weiterbauen können. Das ist, also wenn wir einfach Stillstand machen und einfach nichts tun und schön brav zu Hause sitzen, klar, dann kommen wir hier ziemlich weit, aber das bringt irgendwie allen nicht. Wir müssen irgendwie weiterbauen und dafür muss es Lösungen geben, hoffentlich. Wird es vom Brückeneinbau im Juni einen Livestream geben? Ja, den wird es geben. Dazu sagen wir euch rechtzeitig noch ganz viel Bescheid. Ähm, dann baut ihr auch Kirmestransporte für das Car-System. Wollte ich schon immer mal machen, haben wir dann doch zehn Jahre lang vergessen und jetzt bietet sich das an. Also wir hätten total Lust drauf, mit zwei Anhängern und so wie man es kennt. Nehme ich mal wieder mit auf. Danke. Sind wir beide als Figuren auf der Anlage verewigt, fragt Markus. Ja, die Brückenpisser und sonst glaube ich nicht. Wir haben einen Live-Dreh ProSieben. Ach ja, stimmt, den ProSieben war das. Für Galileo sind wir drin. Ansonsten weiß ich es nicht. Okay. Benutzt ihr auch Arduinos? Ja. Das habe ich bestimmt plantiert. Also wir benutzen tatsächlich auch Arduinos oder wie du sie genannt hast, Arduinos und Raspberry Pis. Raspberry benutzen wir beides, haben mit beiden ungefähr ähnlich gute Erfahrungen. Wir wollten sie eigentlich beide einsetzen, um zu schauen, was besser ist. Für die, die es nicht genau wissen, es sind kleine Mikrocontroller mit einer kleinen Platine, die man relativ einfach programmieren kann. Für so kleine Aufgaben, hier mal ein bisschen eine Lichtschranke abfragen und dann kommt der und der Ausgang, sind sozusagen für jedermann mittlerweile mit ein bisschen Programmierkenntnis zu bedienen. Auch die setzen wir für kleine Nebensächlichkeiten gerne ein. So, und während wir hier reden, wird mir eins klar gerade bewusst, wir haben heute unser Corona-App-Video mit sehr, sehr viel Aufwand fertiggestellt und das war ehrlich gesagt knapp, weil wir es heute unbedingt um 15 Uhr veröffentlicht wollten. Einige unserer Leute, die jetzt gerade hier sind, sind seit 7 Uhr heute Morgen hier. Deswegen sollten wir gleich mal zum Ende kommen, denn die wollen wirklich mal schlafen und ich bin euch wahnsinnig, wir sind euch wahnsinnig dankbar. Ganz, ganz schnell noch eine wichtige Frage. Wenn ihr das Ganze aus Südamerika mit dem Schiff hierher holen müsst, warum baut ihr das dann in Südamerika? Ja, hört sich eigentlich ganz blöd an, ne? Ne, ist ganz logisch. Wir wollten das authentischste Südamerika aller Zeiten bauen. Das heißt also wirklich ein Südamerika, das nicht von Europäern klischeehaft gebaut wurde, sondern klar, diese Klischees beinhaltet, deswegen bauen wir zusammen, aber auch Südamerika, ihre ganz, Südamerikaner, ihre ganz eigene Art und Weise, die sind nun mal ganz anders als wir Europäer. Man könnte ja fast sagen, die genießen ihr Leben auch anders als wir und die bauen auch Ecken mal rund, wenn es einfacher geht dadurch oder schneller geht und billiger ist und nicht so wichtig ist, wie es aussieht. Das alles sollte zusammen in einem Abschnitt zu sehen sein. Also das verrückte Südamerika mit dem perfektionistischen Europa sozusagen gepaart und das wird so wahnsinnig gut und das war die absolute richtige Entscheidung, das unten in Südamerika zu bauen oder wie die sagen, wir sind oben und ihr seid unten und so weiter. Das ist, es wird, guckt euch How to Build South America in so einem YouTube-Kanal an, da kommt es schon ein bisschen rüber. Ihr werdet es aber erst sehen, wenn ihr es hier anschaut, was wir meinen. Also diese Ecken, diese Straßenkanten, diese Häuserkanten, die Bemalung, die Graffitis, komplett mit Hand gemalt, das sind Kunstwerke, die Bäume mit Hand gemacht, das ist der blanke Wahnsinn. Die haben, sagen uns jedes Mal, was sie wahnsinnig von uns lernen und wir sagen ihnen jedes Mal, was wir wahnsinnig von denen lernen. Wenn man diesen Satz einfach hört, was gibt es dazu mehr zu sagen, als dass das ein Märchen ist, was man sicherlich sehen wird. Ich würde ehrlich sagen, es sind immer noch über 5000 Leute nach zweieinhalb Stunden online. Ihr seid wahnsinnig, ihr seid großartig, ihr könnt zum Abschluss nochmal in die Kommentare vielleicht reinschreiben, was ihr gut fand, was ihr scheiße fandet, was langweilig war, was spannend war und die alles entscheidende Frage, sollen wir das in zwei, drei Wochen nochmal machen oder habt ihr jetzt erstmal die Schnauze voll? Wir wollen jetzt alle erstmal zusammen diesen blöden, dieses blöde Virus besiegen. Das geht auch ganz gut, indem man ein bisschen schläft. Schlafen ist gesund und gesund muss der Körper sein und das sollten wir jetzt alle mal tun. Und deswegen von mir, gute Nacht und ich glaube, ich habe endlich mal das letzte Wort. Danke fürs Zuschauen.